Grüß Gott, meine herzlichen Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier bei unserer heutigen Fachtagung Russlanddeutsche in der Sowjetunion nach 1953 und bis heute. Ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich an erster Stelle unsere Partnerin bei der heutigen wissenschaftlichen Fachtagung, die stellvertretende Vorsitzende des IVDK, Frau Olga Martens, aber auch natürlich ganz herzliches Dankeschön, dass wir diese Tagung an diesem ganz besonderen Ort in Detmold, nämlich im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, durchführen können. Auch an Ihnen, Herr Enz, ganz herzliches Dankeschön und auch an den Kulturreferenten für die Russlanddeutschen, Herrn Warketin, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich selber habe heute dieses Museum besucht und war tief beeindruckt von der tollen und wirklich pädagogisch sehr wertvoll geschalteten Ausstellung. 2021, ein sehr, sehr bedeutendes Jahr, jährt sich doch der 80. Jahrestag der Reputation unter Josef Stalin, weshalb wir auch dies zum Anlass genommen haben für unsere heutige Fachtagung. Ziel ist es, bisher weitgehend unbekannte Themen, Aspekte und Zeiträume ihrer Geschichte zu beleuchten. Hierzu gehören insbesondere ihre alltäglichen Lebenswelten in der Sowjetunion zwischen den 50er und 80er Jahren, die mit Hilfe von vier verschiedenen Panels nachgespüren wird. Bevor ich nun Frau Martens, Herrn Thiesen, den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Museumsleiter Cornelius Enz und Herrn Warketin um ihre Grußworte bitten möchte, zunächst das Wort an den Vorstandsvorsitzenden der Kulturstiftung, Herrn Reinfried Vogler. Herr Vogler, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Kronhäuser. Ich begrüße Sie im Namen der Kulturstiftung sehr herzlich zu dieser Veranstaltung, und zwar sowohl an dem zentralen Ort in Detmold, als auch an den zum Teil ja sehr weit entfernten Orten, in denen Referenten oder vielleicht auch Zuhörer beigeschaltet sind. Auch ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken bei Frau Dr. Mertens für die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Tagung beim Internationalen Verband der Deutschen Kultur. Thema dieser Veranstaltung ist Lebenswelten von Russlanddeutschen in der Sowjetunion nach 1953 und bis heute. Wenn wir ehrlich sind, versuchen wir mit diesem Thema einen Bereich zu vertiefen oder überhaupt uns zu erschließen, der in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt und unbemerkt gelaufen ist. Sicher ist, sind die Deportationen der Russlanddeutschen irgendwo auch noch im nationalen Gedächtnis des deutschen Volkes, aber sehr weit entfernt. Aber die derzeitigen Lebensverhältnisse und vor allem die Lebensverhältnisse, als sich die Verhältnisse ein bisschen beruhigt haben, nämlich in den 50er und 80er Jahren bis heute, das ist etwas, was es wert ist, wie wir meinen, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und deswegen haben wir dieses Thema gewählt und deswegen haben wir auch versucht, es auf eine möglichst breite Basis zu stellen, wenn Sie die Teilnehmerliste durchnehmen, der Referenten, die ich hiermit alle zusammen sehr herzlich begrüße, dann werden Sie im Voraus vielleicht schon eine Ahnung haben, welch breites Spektrum wir in den nächsten zwei Tagen versuchen werden, uns und einem hoffentlich breiten Publikum entsprechend nahezubringen. In diesem Sinne nochmal ein herzliches Willkommen an dieser Veranstaltung und auch ein herzliches Dankeschön für die Vorbereitung und für die Bereitschaft, hier als Referenten zu fungieren und auch für Ihr Interesse, die Sie als hörende und sehende Teilnehmer dieser Tagung entgegenbringen, wie viele unserer Online-Veranstaltungen wird auch diese Veranstaltung ja aufgezeichnet und Sie haben die Möglichkeit, Sie in der Zukunft vielleicht sich dann noch im Einzelnen vertiefend noch einmal vor Augen zu holen. Also in diesem Sinn herzlich willkommen und ich wünsche der Veranstaltung einen konstruktiven und erfolgreichen Verlauf. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vogler. Und als nächstes möchte ich die stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Verbands der Deutschen Kultur, IVDK, Frau Dr. Olga Martins, um Ihr Grußwort bitten. Vielen Dank, Herr Kohnhäuser. Ja, sehr geehrte und liebe Freunde und Kollegen, ich vertrete hier den IVDK, den Internationalen Verband der Deutschen Kultur, der dieses Jahr sein 30-jähriges Verstehen oder seine 30-jährige Geschichte in Russland schreibt und als Tagverband für die deutsche Minderheit in Russland seit diesen 30 Jahren agiert. Und das ist auch dem Verband zu verdanken, dass es Anfang der 90er Jahren in Zusammenarbeit mit damals mit dem Göttinger Arbeitskreis und mit dem Dr. Alfred Eisfeld die Assoziation der Forscher der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen gegründet worden war. Und seitdem lief diese Forschung auch voller Touren. Was uns aber seit mehreren Jahren fehlte, war die Zusammenarbeit und die Kooperation mit den Forschungen in Deutschland oder in anderen Ländern und die gemeinsamen Veranstaltungen der Forscher, die Forschung der Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen. Und hier aus diesem Sinne bedanke ich mich auch sehr herzlich bei allen Kooperationspartnern dieses Projektes und bei den Ideenentwicklern Hartmut Koschig bei dir für die Idee und bei der Kulturstiftung der Vertriebenen, mit denen wir das Projekt entwickelt haben, Herrn Kuhlmhäuser, Herr Vogeler, Frau Dr. Beger. Das bedeutet gar nicht, dass wir zum ersten Mal zusammenarbeiten mit dem Museum für Kulturgeschichte der Russlanddeutschen. Wir arbeiten wir schon seit sehr langen Jahren zusammen, hatten auch viele erfolgreiche Jugendtreffen durchgeführt. Und seitdem hier auch, dass der Bundesreferent für die Russlanddeutschen zu Hause ist, Herr Edwin Warkentin, wird die Zusammenarbeit nur ausgeweitet. Wir haben das Jahr 2021 damit begonnen, dass wir im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte gemeinsam mit Herrn Enz und Herrn Edwin Warkentin die Ausstellung zur Gründung des autonomen Wolkegebiets durchgeführt haben. Und seitdem hat es schon heftige Wellen geschlagen. Ich bin vor einer Woche auf Sachsen-Anhalt gekommen und eine Jugendgruppe war zu Besuch im Museum. Wurde von Edwin Warkentin durch das Museum geführt. Und jetzt wird die Geschichte der Wolkadeutschen in Land Sachsen-Anhalt in vielen kleineren Orten durch diese Fotoaufstellung gezeigt. Ich berichte darüber nur deswegen, dass wir als Kooperationspartner nach jeder Veranstaltung und ich glaube auch nach dieser Veranstaltung uns noch gar nicht vorstellen können, welche Wirkungsketten es haben wird und welche neue Projekte zu unserer Erinnerungskultur entstehen können. Mit dieser Veranstaltung einerseits gedenken wir 80 Jahre der Deportation der Russlanddeutschen, aber andererseits ist es der weitere Schritt zum Aufbau der gemeinsamen Zusammenarbeit unter Wissenschaftler und Forscher der Russlanddeutschen Kultur und Geschichte, unter der gesellschaftlichen Verbände und Stiftungen, unter Personen und verschiedenen Personenkreisen. Und wenn ich zurückblicke, dann denke ich immer, dass mit der ersten wissenschaftlichen Konferenz 1994 in Russland ein sehr großer Stein gelegt worden ist zum Ausbau dieses Hauses der russlanddeutschen Geschichte und Kultur. Und nach 30 Jahren gibt es kaum weiße Flecken zu dieser Geschichte. Es ist entstanden und wurden durchgeführt mehr als 20 wissenschaftliche und wissenschaftlich-praktische Konferenzen. Was ich aber insbesondere schätze an dieser Arbeit und wo ich auch einen ganz großen Dank heute auch den teilnehmenden Doktoren und Professoren aussprechen möchte, die heute leider nicht live dabei sein können, ist dieser Wissenstransfer. Ja, uns ist es gelungen, gemeinsam mit den Wissenschaftlern, die natürlich immer nur einen engeren Kreis ansprechen, aber es ist uns gelungen, diesen Wissenstransfer zu machen in die Gesellschaft. Und das ist ein großer Fortschritt für das Erhalten der Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen. Und zuletzt ist das das heutige Treffen für uns auch eine gute Möglichkeit, gemeinsam zu diskutieren, wie wir mit diesem großen, sagen wir so, mit dieser großen Bagage der Forschungen weiter arbeiten können zum Erhalt unserer Kultur und zum Erhalt und zu dem Ausbau unserer Erinnerungskultur. Ich wünsche uns allen einen guten Tag, einen guten Arbeitstag und eine weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Martens, vielen, vielen herzlichen Dank. Die Dankesworte, da kann ich nur zurückgeben, auch von Seiten der Kulturstiftung, für die tolle, gute Zusammenarbeit im Vorfeld dieser Tagung, aber auch bei vorausgegangenen Veranstaltungen schon. Eine ganz besondere Freude für mich ist auch, dass der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland heute zugeschaltet ist, Herrn Johann Thiesen, den ich jetzt um sein Grußwort bitten darf. Ja, einen schönen guten Tag, sehr geehrte Teilnehmer der historischen Fachtagen, liebe Olga Martens, Herr Enz, Herr Wackentin, Herr Koschig, Dr. Eisling. Könnten Sie bitte Ihr Bild anmachen? Ja, ich möchte heute auch so ein bisschen in dieses Thema einführen und wurde anfangen mit dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer, der im September 1955 die Rückkehr der letzten 10.000 Deutschen aus der sowjetischen Gefangenschaft und Aufnahme diplomatischen Beziehungen zwischen Bonn und Moskau aushandelte, lebten noch hunderttausende Russlanddeutschen immer noch in den Orten ihrer Verbarnung. Durch die Auflösung aller kulturellen Institutionen in den Herkunftsgebieten, Zerstreuung über Sibirien, Kasachstan und Mittelasien, Studiums- und Berufsverbot wurde die Grundlage für eine eigenständige Entwicklung der Deutschen in der Sowjetunion unwiederbringlich zerstört. Noch schwerwiegender als Diskriminierungen im sozialen und Bildungsbereich waren die sprachlich-kulturellen und moralischen Folgen der verweigerten öffentliche Rehabilitierung. Mit dem 28. August 1941, der sich in diesem Jahr zum 80. Mal verjährt, begann für die Deutschen in der Sowjetunion für Jahrzehnte ein Nationalleben in einer Form, von der man weder sprechen noch schreiben, geschweige denn publizieren durfte. In der Öffentlichkeit wurde die Volksgruppe jahrzehntelang totgeschwiegen, die staatlich geförderte Russifizierung und der Sprachverlust, somit auch der Identitätsverlust, griffen rasant um sich. Dennoch die Hoffnung, auf die alte Heimat an die Wolga zurückzukommen, hat viele Russlanddeutsche in den Jahren der Verbannung nie losgelassen. Die alte Heimat winkte stets aus der Ferne und nährte so Erinnerungen und Hoffnungen. Auch die schrittweisen, halbherzigen Erleichterungen für die verbannten Deutschen in der Sowjetunion der Jahre 55, 64, 72 nährten diese Hoffnungen. Geprägt vom Trauma der Deportation, Zwangsarbeit in den NKWD-Lagern und Entrechtung entwickeln sich in den Jahrzehnten nach dem Krieg eine Art Schicksalgemeinschaft unter den Deutschen der Sowjetunion. Auch unter den Umständen eines öffentlichen Totschweiges und einer staatlich organisierten Diskriminierung könnten sich die Deutschen immer wieder beweisen. Überall, wo Deutsche durch Willkür des Staates gelangen waren, sei es in Sibirien, Kasachstan oder Mittelasien, ließen sie durch ihre Händearbeit blühende Oasen. Ich möchte auch betonen, auch da in Russland haben die Deutschen blühende Oasen entstehen lassen. Viele Deutsche Kolkosen und Sauchosen, angeleitet von deutschen Vorsitzenden, brachten es zu einem beträchtlichen Wohlstand. Vorzeigewirtschaften, die gerne auch den ausländischen Journalisten vorgeführt wurden, gab es in der westsibirischen Kulendarstelbe in Kasachstan oder in Kirgisien. Im Laufe von Jahren fand ihr Leben langsam so eine gewisse Normalität in Klammern. Sie gründen Familien, bauten Eigenheime, zogen Kinder auf und waren in ihren Berufen oft die Besten. Aber auch ihre alte Heimat blieb im Laufe von Generationen unvergessen und schlug sich in der Mundart, in der Lebensart, im deutschen Brauchtum, im Glauben oder auch in der deutschen geschriebenen Literatur nieder. Alles Lebenspirade, die es gilt, ebenfalls wie die traumatischen Ereignisse der 40er Jahre, die weitgehend erforscht und vielfältig dokumentiert sind, aufzusteigen und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch hierzuland. Erfahrungen der Russlanddeutschen in verschiedenen Lebensbereichen der Nachkriegszeit gemacht haben, sind ebenso wichtig wie die Kenntnisse der wechselvollen Geschichte davor. Seit Jahrzehnten wird diese breite Themenpalette von der Landsmannschaft der Deutschen aus Lüßland aufgegriffen und in ihren Publikationen dokumentiert. 33 Heimatbücher und fünf Sonderbände sind in der Heimatbuchreihe seit 1953 erschienen. Insgesamt sind es weit mehr als 10.000 Seiten zur Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus Russland, zu ihrer Kultur, Alltagswirklichkeit, verfasst von Wissenschaftlern, Publizisten, Kulturschaffenden und unmittelbar auch den Betroffenen. Es ist eine Dokumentation, die das Bewusstsein für das wertvolle kulturelle Erbe der Russlanddeutschen wachhält und eine Fundgruppe für die Forscher der Gegenwart und Zukunft ist. Einer der Schwerpunkte der letzten Jahre sind Beiträge, die diese genannte Lebensnormalität der deutschen Nachkriegs-Sowjetunion in verschiedenen Lebensbereichen abbilden. Dazu gehören das Berufsleben in den Städten und auf dem Lande, die deutschen Kolchosen und Solchosen, die Entwicklungen der russlanddeutschen Literatur unter den Verhältnissen der Parteizensur, die deutschsprachige Presse und der Rundfunk, die Sprach- und Dialektforschung, das deutsche Theater, der kulturelle Aufschwung und die Volkskunst, der Glaube und das religiöse Leben der Deutschen unter den Verhältnissen des staatlich verordneten Atheismus, aber auch die deutsche Autonomiebewegung, der Kampf um die Ausreisefreiheit und noch viel mehr. Die Heimatbücher wurden und werden geschrieben, um jedem Deutschen aus Russland die Möglichkeit zu geben, sich verstärkt mit seiner Volksgruppe identifizieren zu können. Sie werden aber auch in der Hoffnung geschrieben, dass sich der oder eine andere alteingesessene Bürger der Bundesrepublik Deutschland ein möglichst abgerundetes Bild der vielfach verkannten deutschen Menschen machen kann. Können Sie bitte, wer nicht referiert, die Lautsprecher ausmachen? So, es geht um die Menschen, die erst in der letzten Zeit die Möglichkeit erhalten, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, die ihre Vorfahren vor 18, 19 Jahrhunderten in dem Glauben verlissen, auch in der Ferne Deutsche bleiben zu können. Und das wird uns oft verwehrt. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, das Grußwort zu sprechen und ich wünsche uns eine gute historische Fachtagung. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Thiesen. Ich denke, Ihr Grußwort und auch das von Frau Dr. Martens haben doch eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, die heutige und morgige wissenschaftliche Fachtagung abzuhalten. Aber gleichzeitig auch, wie bedeutend ist gerade in Detmold im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte abzuhalten. Sofern auch hier an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank an das Museum. Und ich habe jetzt die große Freude, Herrn Cornelius Enz, den Leiter des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte, um sein Grußwort zu bitten. Ich bin jetzt hoffentlich verstehbar. Genau, ich freue mich, dass Sie die allermeisten hier virtuell begrüßen zu dürfen, einige auch hier vor Ort. Herr Kronhäuser, vielen Dank für den Kontakt, für die Kontaktaufnahme mit unserem Haus. Ich möchte mich bedanken bei all denjenigen, die mit zum Organisationsteam gehörten. Insbesondere auch von der Seite hier in Detmold war es auch unser Kulturreferent, Herr Warkenthin, der ganz, ganz wesentlich diese Veranstaltung hier aus Detmold auch mit begleitet hat und mit organisiert hat. Ja, Lebenswelten von Russlanddeutschen, der Sowjetunion nach 1953 und bis heute. Und da fällt mir sozusagen aus der musealen Praxis auf jeden Fall ein, dass wir, wenn wir es mit Personen zu tun haben, die selber russlanddeutschen Hintergrund haben, dass häufig tatsächlich genau in diesem Zeitraum eigentlich so ihr Geschichtsverständnis beginnt. So das Gefühl dafür, was sie geprägt hat, das Gefühl dafür, was sie sozusagen ausmacht. Und das ist natürlich insofern eine Herausforderung, als dass die Geschichte der Russlanddeutschen natürlich deutlich vielschichtiger und auch vielfältiger ist. Das heißt, sie beginnt natürlich deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie kennt das 19. Jahrhundert und natürlich auch die Zeiten davor. Aber diese Geschichte ist häufig in den Erzählungen sehr, sehr stark von stalinistischen Traumatisierungen, von einer sowjetischen Diktaturerfahrung geprägt. So, und jetzt gibt es natürlich hier in Deutschland kaum Erinnerungsorte. Es gibt kaum Gedenkstätten oder keine Gedenkstätten. In Schulbüchern kommt diese Geschichte nicht vor. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass man sich natürlich auch auf die Suche macht, danach diese Geschichte in irgendeiner Form wiederfinden zu können. Und Alaida Aßmann, eine der sehr bedeutenden Forscherinnen im Bereich der Erinnerungskultur, hat einmal Folgendes gesagt und damit meint sie Flucht- und Vertreibungsgeschichten. Und damit sind wir sozusagen auch eingebettet jetzt hier am Museum einerseits und andererseits auch mit der Kulturstiftung. Sie sagt, Zitat, Und das, denke ich, ist tatsächlich die Herausforderung, dass diese eigenen Geschichten, also Geschichten von Personen, die entweder vorgeburtlich oder auch tatsächlich in real Vorerfahrungen gemacht haben, dass diese eingebettet werden können in eine größere, in eine ganze Geschichte, wie auch immer. Und insofern wollen wir als Museum, und so verstehe ich auch diese Tagung, so etwas wie Erzählräume schaffen. Und Menschen in Begegnungen bringen, ob virtuell oder in real, und Erzählungen zu schaffen, in diesem Fall durchaus auch Erzählungen von Flucht und Vertreibung, Erzählungen und Geschichten und persönliche Schicksale, aber sicherlich auch schöne Erlebnisse und Erfahrungen, die in irgendeiner Form in eine Vernetzung kommen, um letztlich zu einem neuen Ganzen und dann auch letztlich zu einer, wenn man so will, globaleren Sicht dann auch beitragen zu können. Und insofern freue ich mich auf die Beiträge, die ja auch aus dem Forschungsbereich kommen werden. Ich freue mich auf die Referentinnen und Referenten, auf die unterschiedlichen Facetten und die unterschiedlichen Wirkungsfelder, die hier besprochen werden. Ja, auch ich wünsche uns auf jeden Fall dieser Weise quasi ein Erkenntniszugewinnen. Und ich wünsche mir letztlich auch, dass wir in ein Gespräch kommen. Virtuell ist das natürlich jetzt in diesem Fall etwas komplex, aber in ein Gespräch, in diesem Fall auch in einem Austausch, so wie auch die Kontaktaufnahme von der Kulturstiftung auch zu unserem Hause dann auch vollzogen wurde, was ich sehr gut finde. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Enz. Sie haben es ja gerade auch angesprochen, wesentlich mitbegleitet, diese Tagung hier im Hause durchführen zu können. Haben wir den Kulturreferenten hier zu verdanken, den Herrn Warketing, nicht nur wesentlich mitbegleitet, sondern ich muss auch sagen, heute Vormittag hervorragend geführt, auch durch das Museum. Insofern, lieber Herr Warketing, darf ich Sie hiermit um Ihr Grußwort bitten. Ja, vielen Dank, Herr Kronhäuser. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr zu einer ersten Kooperation zusammengefunden haben mit der Kulturstiftung der Deutschen Betriebenen. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Also vielen Dank für die Möglichkeit, das jetzt miteinander mal auszuprobieren. Ich freue mich sehr. Und vielen Dank auch an Olga Martens, an den Internationalverband der Deutschen Kultur, vor allem für die warmen Worte, die du für unsere Zusammenarbeit auch gefunden hast. Und das kann ich nur zurückgeben und noch eine Schippe drauflegen. Ich freue mich sehr über immer wieder neue Aktivitäten und Möglichkeiten, mit dem IVDK zusammenzuarbeiten. Und wir werden ja im Oktober dieses Jahres auch die nächste Möglichkeit haben, bei unserem kulturhistorischen Webinar uns über verschiedene Projekte und aktuelle Entwicklungen auch auszutauschen. Ja, das Thema dieser Veranstaltung hier sind die Lebenswelten nach 1953, Lebenswelten der Russlanddeutschen. Es bietet auf jeden Fall Möglichkeiten, uns in Bereiche zu wagen, die bisher vielleicht nicht so beleuchtet wurden, in der Historiografie oder auch in der weiteren Verarbeitung in Vermittlungsprojekten. Es ist ein spannender Bereich. Es gibt sehr viele interessante Sachen neu zu entdecken, insbesondere im Bereich des Kulturtransfers oder auch der Alltagsgeschichte. Allerdings halten wir diese Veranstaltung dieses Jahr auch im 80. Jahr nach der Deportation der Russlanddeutschen. Denn ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Ereignis kein Ereignis aus der Vergangenheit ist, sondern eine unabdingbare Komponente der Kollektiverinnerung der Russlanddeutschen. Das heißt, wenn wir über die Lebenswelten der Russlanddeutschen nach 1953 oder nach 1955, nach der Aufhebung der Kommandatur sprechen, dann können wir das ja ohne dieses Kriegsfolgenschicksal kaum erklären. Also die einzelnen Bereiche. Selbst die Aussiedlung nach Deutschland und die Integrationsprozesse hier in Deutschland lassen sich ohne dieses Kriegsfolgenschicksal nicht erklären. Und in welchem Jahr, wenn nicht in diesem, haben wir die Möglichkeit, nochmal darüber zu sprechen, aber auch neue Zugänge dazu zu suchen und uns in neuen Formaten auszuprobieren, über dieses Thema zu sprechen, die Sichtweisen zu aktualisieren oder beziehungsweise auch die Sichtweisen der Nachgeborenen auch zuzulassen oder beziehungsweise sie auch zu Worte zu lassen. Ich freue mich sehr über einige Initiativen, die jetzt gerade schon gestartet wurden, die jetzt auch laufen zu diesem Thema, ob nun in den post-sowjetischen Staaten oder auch hier in Deutschland. Vielleicht als kurzer Werbeblock, ich will nicht lange sprechen, aber weil ich eben die Gelegenheit auch habe. Wir haben letztes Jahr bereits eine Webdokumentation fertiggestellt zum Thema der Geschichte des deutschen Theaters in der Sowjetunion, was halt eben diesen historischen Bereich, diese Epoche auch umfasst, ab 1975 bis 1990. Wir beleuchten in dieser Webdokumentation, die auf dem Portal des Herder-Instituts erscheinen wird. Wir beleuchten da auch global betrachtet die Entscheidung zwischen Bleiben und Gehen der Russlanddeutschen in dieser Zeit, Ende der 80er Jahre. Die Webdokumentation erscheint dann im Herbst. In unserem Podcast Die Steppenkinder setzen wir uns mit meiner Kollegin Ira Peter mit diesen Themen auch intensiv auseinander. Wir haben jetzt gerade aktuell eine Kooperation mit DECODA und dem Nordost-Institut und werden die nächsten paar Folgen zu diesem Thema auch veröffentlichen. Die nächste Folge kommt jetzt am Samstag. Und ein Projekt, was morgen startet unter dem Titel Schweigeminuten, sprechen sieben Autorinnen und Autoren aus der heutigen Perspektive über Aspekte und Bereiche des Kriegsfolgenschicksals in der nachgeborenen Generation, was für die Menschen wichtig ist und worüber wollen sie sprechen, wenn sie über das Kriegsfolgenschicksal ihrer Familien sprechen. Ab morgen starten wir mit dem Beitrag von Elianora Hummel. Die Beiträge erscheinen dann auf dem YouTube-Kanal des Museums beziehungsweise auf der Internetseite des Kulturreferates. Diese Projekte, es ist wichtig zu betonen, dass sie wissenschaftlich basiert sind, aber auch breitenorientiert. Wir versuchen neue Formate, moderne Formate auszuprobieren und darüber werden wir uns ja auch in unserer kulturhistorischen Tagung im Herbst, im Oktober auseinandersetzen und uns gegenseitig über unsere Erfahrungen in diesen neuen Methoden und neuen Formaten auszutauschen. Also vielen Dank. Ich wünsche uns allen eine interessante und erkenntnisreiche Tagung und ja, ich freue mich sehr, über diese Möglichkeit miteinander zu sprechen. Vielen, vielen Dank, Herr Bargeting. Bevor wir jetzt mit der Keynote beginnen, wollen wir zunächst aber noch einen virtuellen Rundgang durch das Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte unternehmen, gemeinsam. Und hier darf ich nochmals den Leiter des Museums für Russland-Deutsche Kulturgeschichte, den Herrn Heinz, um sein Wort bitten. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ein virtueller Rundgang. Jetzt können Sie. So, jetzt zwei. Gut. Ja, und der virtuelle Rundgang. Sie sehen, wir sitzen jetzt hier noch im Raum. Das ist quasi letztlich ein Seminarraum. Und ja, wie wollen wir das machen? Das haben wir uns natürlich überlegt. Und wir haben uns jetzt mal für Folgendes entschieden. Ich würde Sie jetzt gerne gleich, wenn ich den Bildschirm geteilt habe, mit auf unsere Homepage nehmen und würde Ihnen ganz gerne so drei Bereiche einmal kurz vorstellen, wie man sich in Distanz quasi letztlich dem Museum nähern kann und welche Möglichkeiten sich vor allen Dingen auch so im letzten Jahr im Wesentlichen hier so ergeben haben. Und ich würde jetzt einmal kurz den Bildschirm teilen. Genau. Ich würde ganz gerne beginnen, indem ich zunächst erst mal Sie auf das Kulturprogramm und letztlich auch auf das Kulturreferat aufmerksam machen möchte. Wenn Sie auf das Kulturreferat gehen, dann werden Sie die vielfältigen, Projekte, Termine etc. vorfinden. Und wenn Sie in den Bereich der Projekte gehen, dann erscheint etwas, was ich persönlich für unglaublich wesentlich halte. Ich spreche jetzt zunächst erst mal über den Podcast Steppenkinder. Ein Podcast ist ja insofern eine sehr interessante Entwicklung. Ich glaube schon, dass wir das schon in einigen Jahren recht spannend analysieren werden, dass auf einmal das Thema Erzählung wieder ganz neu sozusagen Auftrieb bekommen hat. Wir fangen an zu erzählen und ein Podcast ist ja letztlich nichts anderes wie das Lauschen sozusagen einer Erzählung. Und über den Podcast, über den Aussiedler-Podcast Steppenkinder werden solche Erzählungen angebahnt. Und ich möchte Sie immer wieder, ja, es Ihnen wärmstens ans Herz legen, diesem Podcast zu folgen. Und in aller Regelmäßigkeit werden dort dann letztlich neue, naja, sagen wir mal, Geschichten erzählt. Und die Erzähler fehlen ja insbesondere im Bereich der russlanddeutschen Kulturgeschichte, wie ich finde, enorm. Die können nicht auf ein kollektives Gedächtnis zurückgreifen. Und insofern sind diese erstmal fragmentarischen Erzählungen ganz, ganz wichtig, sie über den Podcast zu bündeln. Hier sehen Sie jetzt auch das neue von Herrn Wackenthin angesprochene Projekt Schweigeminuten, wo Sie dann auch letztlich den Zugang bekommen würden. Also, es sei Ihnen auf der Homepage das Kulturreferat ans Herz gelegt. Wenn wir jetzt aufs Museum gehen, dann würde ich Ihnen jetzt noch einen zweiten Bereich kurz vorstellen, um dann einen kurzen Einblick ins Museum und in die Ausstellung selbst zu ermöglichen. Und zwar über den Bereich Bibliothek. Der Bereich Bibliothek ist insofern in der Weise ausgebaut worden, als dass wir die Möglichkeit haben, uns jetzt auch quasi über den Online-Katalog OPAK aus der Distanz recherchierbar zu werden. Das heißt, auf unsere circa 13.000 Bücher, die wir in der Bibliothek haben, aber auch das Archivmaterial und auch Exponate, können Sie hier über Suchmaske letztlich erreichen und haben die Möglichkeit sozusagen zu schauen, inwiefern das Museum und die Bibliothek für Sie interessant sein kann, um einen Zugriff zu dem Thema zu bekommen. Also, der Online-Katalog OPAK. Hoffentlich alle verstehen, diese Möglichkeiten sozusagen haben Sie letztlich über die Homepage oder über unseren Channel einen Zugang zur Ausstellung zu finden. Ja. Die Möglichkeit, sich mit dieser heterogenen, wie ich es gesagt habe, also mit dieser sehr unterschiedlichen, vielschichtigen Geschichte auseinanderzusetzen, das ist tatsächlich das, was uns auch sehr herausfordert hier am Museum. Das heißt, das, was Herr Wackenthin in seinen Begrüßungsworten gesagt hatte, Stichwort Kriegsfolgeschicksal oder die Konditionen, zu denen Aussiedlerinnen und Aussiedler nach Deutschland zugewandert sind, sind vielen Personen, übrigens auch Aussiedlern selbst, häufig gar nicht so klar. Und diese Dinge sozusagen können wir auf jeden Fall aufgreifen, um dann letztlich durch die Geschichte beginnend im 18. Jahrhundert mit dem Katharinenruf und endend letztlich mit der Ausreise nach Deutschland spätestens ab den 90er Jahren dann zu finalisieren. Ja, insofern lade ich Sie ein, zurzeit sind wir am Museum ja auch in echt geöffnet und lade ich Sie auch ein, zu den regulären Öffnungszeiten uns zu besuchen, aber jetzt in diesem Fall auch über die Homepage sich einen ersten Zugang zu verschaffen. Gut, dann würde ich, auch weil es technisch, glaube ich, hier von meiner Seite etwas hakt, ganz gerne auch wieder übergeben und würde die Bildschirmpräsentation dann einmal stoppen und dann übergebe ich dann an Herrn Kondens. Vielen herzlichen Dank, Herr Enz, für diese Einblicke in das Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch die Moderation an die Mitarbeiterinnen der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen und Referenten für Literaturgeschichte, für Zeitgeschichte, Geschichte übergeben. Frau Dr. Beger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Kohnhäuser, vielen Dank auch an diejenigen, die jetzt die Grußwörter gehalten haben und überhaupt diese Tagung erst möglich gemacht haben. Wir, Herr Enz, können Sie noch Ihr Mikro bitte ausschalten am PC? Genau, super, danke. Wir würden jetzt übergehen zur Keynote, die von Dr. Wladimir Hasin und Dr. Alfred Eisfeld gehalten wird. Ich würde Ihnen die beiden Referenten kurz vorstellen und danach das Wort an die beiden Herren übergeben. Dr. Wladimir Hasin ist Dozent an der Staatlichen Universität von Saratov in Russland, ist dort am Institut für Geschichte und internationale Beziehungen, genauer am Lehrstuhl für nationale Geschichte und Geschichtsschreibung tätig. Er hat sich vor allem mit Migrationsprozessen und soziokultureller Adaption beschäftigt, hat beispielsweise in seiner Doktorarbeit zum Thema Migrationsprozesse im Russländischen Imperium im Ersten Weltkrieg geschrieben. Dr. Alfred Eisfeld ist Geschäftsführer des Göttinger Arbeitskreises. Er hat Geschichte Ost- und Südosteuropa sowie Politik- und Zeitungswissenschaften in Bonn und in München studiert und wurde 1983 in München mit einer Arbeit über deutsche Kolonien an der Volga 1917 bis 1919 und das Deutsche Reich promoviert. Er hatte unterschiedliche Stationen. Er war unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Osteuropa-Institut München, ist seit 1988 Geschäftsführer des Göttinger Arbeitskreises und hat zwischenzeitlich auch mal, also von 2002 bis 2010, die Abteilung Göttingen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V., also kurz IKGN, geleitet. In diesem Sinne würde ich jetzt gern das Wort zunächst an Herrn Dr. Chasin übergeben. – Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь рассказать достаточно небыстро. Если переводчику будет тяжело, вы меня тогда каким-то образом прервите. – Окей. Вообще количество работ, которые вышли, которые освещают процессы истории российских немцев с 1953 года по сегодняшний день, огромные – это и как монографические сочинения, как монографии, так и огромное количество аналитических статей. Совершенно недавно вышел, благодаря усилиям МСНК, и я хочу поблагодарить уважаемую госпожу Мартинс за участие в этом проекте. Учебник, которым посвящено около пересдание учебника. Учебник, которым посвящено около 200 сетей в этом проекте учебникам, это было об этом теме поведено. Und wir verstehen wohl, dass viele Forschungsarbeiten sind reflexiv, introvertiv, wobei der Staat wird oft dargestellt als feindliches Bild dargestellt. Und dieser Staat ändert langsam die Repressalen, hob die Repressalen auf, aufgrund des internen und außenpolitischen Drucks. Und mein Ziel ist, diesen Blickwinkel ein bisschen zu ändern und uns ein bisschen abheben von der konventionellen Sichtweise auf die nationale Politik in der Sowjetunion. Also insbesondere im Blick auf die sogenannte deutsche Frage. Aus der Sicht des Staates, aus der Sicht der öffentlich-rechtlichen Politik ergibt sich ein ganz anderer Blick auf das Problem. Wenn wir uns aufheben von diesem konventionellen Problem, dieser Sichtweise, das Problem als Konflikt zwischen dem Guten und Bösen zu betrachten, als Gerechtigkeit und Kriegheit, sondern als ein Integrationsprojekt. Also die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu der Bundesrepublik Deutschland, die heute schon erwähnt war, und die Behandlung zwischen Adenauer und Herrn Vulganen in den 50er Jahren hat Auswirkungen gehabt auf die Lage der Sowjetdeutschen. Also das Problem der Wiederkehr und Rückkehr, Heimkehrer aus der Sowjetunion war ein Thema. Und einmal in den Verhandlungen erwähnt, musste auch die rechtliche Lage der Sowjetdeutschen so plötzlich verbessert werden. Die politischen Realitäten des Zeitalters der Deportationen und der Zeitalter der Rehabilitierung waren ganz unterschiedliche Zeitabschlitte. Also zu Stahlenzeiten, zu Zeiten der stalinistischen Modernisierung, änderte sich der Ansatz zur Nationalpolitik stark von der zu Zeiten von Khrushchev und Brezhnev. Die sowjetische Nomenklatur der Sowjetunion wurde langsam vom Instrument der Macht zur Krähe der Macht. Und die Repressarien einfach aufzuheben mit den Mitteln, mit denen sie behängt wurden, war nicht möglich, was Trauma und dramatische Folgen in der nationalen Frage zur Folge hatte. Und in insbesondere die Sowjetdeutschen hatten wir vor Fokus. So knapp drei Millionen Sowjetdeutschen, so zählte man zu Anfang der 50er Jahren. Aber aus Sicht der Macht, aus der institutionellen Sicht, ist das Problem und deren Dramatik nicht so gradierend, wie es einem vorkommen mag. Die Sowjetdeutschen betrachtet das Problem ganz formell und aus der Sicht der Sowjetinteressen war das Problem nicht so groß und nicht dramatisch. Zum einen, so die Sowjetdeutschen wurden rehabilitiert und viele Beamte waren überzeugt fest davon, dass viele Maßnahmen zur Rehabilitierung sogar überflüssig wären. Es gab auch sehr viele soziale Vorurteile und dieser Vorurteil, so Volk als einen Körper zu betrachten, so wäre auch falsch. Die Hauptanforderung, die Hauptaufforderung der deutschen Bevölkerung war die Rehabilitierung, das heißt die Wiederherstellung der früheren Lage, so vor der Deportation. Aber für das sowjetische Rechtssystem, die Rehabilitierung als Rechtsbegriff gab es nicht. Es gab nicht solch einen Begriff als Rehabilitierung einer Volksgruppe. Niemand kam auf die Idee, die ganzen Bauern zu rehabilitieren, so wie infolge der Kollektivisierung, die der Kollektivisierung zur Auftrag fiel. Und der Begriff Rehabilitierung in der Sowjetunion war nichts anderes als Wiederkehr einer früheren rechtlichen Lage, einer unschuldigen Person, die zu Unrecht verurteilt war. Während die Sowjetdeutschen so nie strafrechtlich verurteilt waren, sie behielten sogar Zivilrechte, Verfassungsrechte, passives und aktives Wahlrecht. Das Einzige, woran sie gehindert waren, war die Bewegungsfreiheit, da waren sie behindert. Aber wir müssen auch recht geben, dass die meisten Teile der sowjetischen Bevölkerung waren in der freien Bewegung gehindert, so durch die Anmeldungspflicht. Erst 1991 im Gesetz vom April dieses Jahres taucht zum ersten Mal die Rehabilitierung eines Volkes auf. Solche Gesetze und Erlässe waren entweder so deklarativ wie im Falle der Sowjetunion oder hatten eine sehr spontane Anwendung zu dieser Rechtsnorm wie im Nordkaukasus zur Folge. Solche politische Rehabilitierung ist nichts anderes als ein politischer Begriff. Es ist vielmehr eine Form des Dialogs, mit der Macht, in dem man verhandelt hat über die Wiedergutmachung des immateriellen Schadens, also der deutsche Bevölkerung erledigt hat. Die deutsche Bevölkerung wurde zwangsdeportiert und mit Hart und Gut aus Sicht des modernen Rechtes und aus Sicht der modernen Moral hatten natürlich die Sowjetdeutschen natürlich Recht auf Wiedergutmachung, aber im sowjetischen Recht gab es keinen Begriff Privateigentum. Es gab nur noch ein persönliches Eigentum, ein Eigentum einer Person, aber nicht als Privateigentum. Und in diesem Sinne hatten die Sowjetdeutschen keinen Anspruch auf die Wiedergutmachung des Habsenguts, den sie verloren haben. Ab dem 13. Dezember 1955 mit dem Erlass des Präsidiums des Operators der Sowjetunion zur Aufhebung der Begrenzungen der rechtlichen Lage der Deutschen und deren Angehörigen wurde das System der Sondersiedlungen aufgelöst und aus dem rechtlichen Sinne, aus dem rechtlichen Perspektive waren die rehabilitierenden Handlungen des sowjetischen Staates vollendet. Es gab lediglich eine Form, eine Diskriminierung, die die Deutschen in der Sowjetunion unterworfen waren. So war die Eingrenzung und Hinderung der Mobilität. In den 40ern und 50ern Jahren durften die Sondersiedler die Gebiete der Siedlung nicht verlassen. Bis zu 20 Jahre Haft konnte man einkassieren für die Flucht. Und deswegen war 1925 die Hauptaufgabe der Führung des Landes die Resozialisierung der Sowjetdeutschen und Reintegration in die Gesellschaft. Und ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt dabei war die Begehungsfreiheit. Einmal gelöst sah die sowjetische Macht keine weiteren Probleme bei der Integration der Sowjetdeutschen in die sowjetische Gesellschaft. Also die stalinistische Politik hat zwar die sowjetdeutsche Gemeinde zerstreut und traumatisiert. Sehr viele Dokumente, die wir heute erschlossen haben, lassen uns eine Zusammenfassung machen. Es gab nie ein strategisches Programm zur Rehabilitierung der Sowjetdeutschen. Vielmehr war die Frage der Rehabilitierung eher eine Frage der Fall-zu-Fall-Lösung als eine strategische Lösung oder Programm. Und aus Sicht der sowjetischen Regierung war die Wiederkehr der deportierten Deutschen an die Volga vielmehr konfliktreicher, als es erscheinen mag. Denn dadurch konnten die ethnischen Auseinandersetzungen ausflammen, was man natürlich verhindern wollte. Zum anderen, in den Regionen, wo die Sowjetdeutschen niedersiedelt waren, da waren die Russlanddeutschen zerstreut. Und die Hauptaufgabe Mitte der 50er war die Resozialisierung der Sowjetdeutschen. Und was gehört zur Resozialisierung in erster Linie, Bindung und Kommunikation. Und die allerersten Maßnahmen gehörten gerade in diesem Bereich. Die Nomenklatureliten wurden ersetzt durch pädagogische und kreative. Und der ex-territoriale Prinzip war neuartig für die konservative Nationalpolitik der Sowjetunion. Interessanterweise durften diese Resozialisierungsprozesse nicht die Sowjetdeutschen leiten, aber die Vertreter anderer Nationalitäten, die viel Erfahrung gesammelt haben in Ostdeutschland während der Arbeit der Militäradministration der Sowjetunion in Ostdeutschland. Die haben dort Erfahrungen gesammelt mit den Deutschen. Und solche Menschen agierten als Chefredakteure der Russlanddeutschen Zeitungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Der nächste Schritt war die Reintegration der Sowjetdeutschen in die lokale Politik. Interessanterweise behebten die sowjetischen Beamten ihre kreativische Sichtweise auf die Sowjetdeutschen als Kolonisten. Aber so das Problem war, es war als Kolonie betrachtet, aber ex-territorial. Eine zerstreute Kolonie, so ohne Territorium. Im September 1945 erschien eine erste Zeitung der KPSU in der Region Altai, eine Zeitung namens Arbeit. Aber anstatt als Integrationsinstrument zu agieren, so wurde die Zeitung langsam zur Plattform der Selbstorganisation und aus diesem Grunde wurde die Zeitung 1957 geschlossen. Anfang Juni 1957 in derselben Region Altai kamen noch zwei kleinere Bezirkszeitungen dazu, Rote Fahne und Arbeitsbahner. Nach 1957, diese Druckpresse, war ergänzt durch Radiofunk republikanisch in Altai und in anderen Regionen. Was ein Merkmal der Republikierung war, so diese Halbherzigkeit der Republikation, Zögernheit und Unentschlossenheit. Denn diese Aufgaben waren alles andere als standardmäßig und erschienen der sowjetischen Markts sehr kompliziert. Man hat zwar versucht, den deutschen kulturellen Raum zu zersträumen und zu fragmentieren, aber dieser Versuch war gescheitert. Und einer der alternativen Schritte war der Aufbau eines gemeinsamen deutschen Informationsraumes. Am 1. Mai 1957 erschien die erste deutschsprachige Zeitung der KPSU, in deutscher Sprache Neues Dieben. Und dadurch konnte der Chefredakteur vermitteln, so zwischen den Interessen. Die zentrale Marktorgane konnten dadurch die Handlungen der neuen deutschen Eliten kontrollieren und koordinieren und die Interessen ausbalancieren und die Impulse, die von unten aus gingen, so irgendwie an die Staatspolitik zu adoptieren. Der Haupt, ein Hauptinstrument, so der langsamen Rekonstruktion des sowjetischen deutschen Ethnos war, so die Suche und Gründung der loyalen Translatorengruppen und ein wichtiger Faktor der Resowjetisierung musste die Ausbildung der nationalen Intelligenz sein, so die sowjetische Bildungseinrichtungen abschließen. Seit Ende der 50er Jahre lief die Ausbildung solcher Fachkräfte an den Fakultäten für Fremdsprachen und pädagogischen Instituten und Fachschulen in Kasachstan und Sibirien. Dazu mussten auch die sowjetdeutschen Schriftsteller mit Fiedern der Resowjetisierung beitragen. Und die Machthabenden, aus Sicht der Machthabenden, musste diese neue deutsch-sowjetische Intelligenz zur Resozialisierung der Sowjetdeutschen beitragen. Und dadurch wäre das Problem gelöst. Aber diese Halbherzigkeit der Reformen, die nicht auf die Entwicklung, aber eher auf die Minimisierung der Folgen abzielten, hatte das zur Folge, dass die intellektuelle Elite der Sowjetdeutschen wurde. Nicht nur Mittler der sowjetischen Nationalpolitik oder Werkzeug der Identität, aber vielmehr als Lobbyist und Ausdrucker der Forderungen der selbstorganisierenden nationalen Räume. 1946 wurde der Erlass vom 28. August 1941 umgedacht. Und der Vorwurf, die Sowjetdeutschen seien Volksverräter, wurde aufgehoben auf die individuelle rechtliche Lage, hatte das keine Einflüsse, aber auf individuelle Gefühle, auf das Leid und auf die moralische Einhellung. So hatte das sehr gute, positive Folgen. Und interessanterweise war die sowjetische Macht so offen für Verhandlungen mit loyalen Anführern der deutschen Selbstorganisationen. Beispielsweise traf man sich mit den Anführern der sowjetdeutschen Gemeinschaften und mit der Zentralmacht zur Erörterung der exterritorialen Nationalpolitik. Den Deutschen wurde eine breite Facette an Berufsmöglichkeiten und Bildungsmöglichkeiten geöffnet. Aber zugleich war es klar, dass die Aufforderung der sowjetdeutschen Delegaten, also die Staatlichkeit der Sowjetdeutschen, wiederherzustellen, war unrealistisch. Und zufolge im Endergebnis bekamen die Karrieresüchtigen die Möglichkeiten beabt, also ihre Laufbahn entsprechend zu fahren, während so die anderen mit leeren Händen so davor kommen. Also das Problem, so die Anmeldepflicht der sowjetischen Bürger, so hat die Bewegungsfreiheit aller Schichten der Bevölkerung der Sowjetunion eingeschränkt. Und das Recht auf die Wiederherrsiedlungen ihres Ursprünges war wichtig. Man konnte sogar zu Moskau ziehen. Aber so die Wiederkehr der russendeutschen an die Volga war sehr gefährlich aus der Sicht der sowjetischen Macht. Denn das Problem war, dass es schlicht viele Russlanddeutsche gab. Die Volga-Deutschen waren zahlreicher als andere deportierte Volksgruppen. Und 1927 also diese individuellen Einschränkungen der Mobilität wurden aufgehoben. So 30 Jahre nach der Deportation so mit diesem Erlass von 1972 sah sich die sowjetische Macht so frei von irgendwelchen weiteren Rehabilitierungsschritten so befreit. Aber so 30 Jahre nach der Deportation so kam es nicht wirklich so Wiederkehr und Heimkehr so an die Volga und das war gut erwartet. Also warum? Also weniger als 20.000 Menschen siedelten sich wieder so an der Volga in der Region Saratov. und hier müssen wir so eine Trennung ziehen zwischen einem romantischen und propagandistischen Bestandteil der Nationalpolitik von der regulativen Bestandteile der Nationalpolitik. im ersten Falle und es ist sehr aktive nationale Bürokratie die formell das Gebiet regierte wo das Volk lebte spielte eine vorringende Rolle in der ethnischen Hierarchie und gerade diese Elite schrieb die oder anderen Etnusmerkmale einer Titelnation und für die Sowjetmacht so war die nationale Frage nichts anderes als Verwaltungsfunktion ja so es war nichts anderes als Funktion und langsam wurde aus der Funktion eine Nation so und erst dann entpuppte sich das Problem basiert auf Briefwechsel und Erinnerungen aus den 60er und 70er aber auch 80er Jahren so ist klar zu sehen wie das sowjetische System also die Probleme der Sowjetdeutschen und Krim-Tataren nicht wahrnehmen konnte also aus Sicht der sowjetischen Maße so war das die nationale Frage der Sowjetdeutschen ganz wie bei Krim-Tataren so gut gelöst in den 20er Jahren so führte man eine Volga-Republik autonome Republik der Russlanddeutschen an der Volga so weil es von nötig waren und als diese Funktion ja so überflüssig war so da gab es folgerichtig gar keine Autonomie aber Problem war so die Sowjetdeutschen konnten ihre Interessen nicht lobieren und durchsetzen weil es keine nationale sowjetdeutsche Bürokratie gab so die an den die an das konkrete Gebiet und Territorium angebunden war also und diese Bürokratie wieder neu herzustellen war viel zu gefährlich also denn die russische und andere Ethnien haben sich schon als lokale Bürokratie etabliert und diese durch Deutschen zu ersetzen war viel zu gefährlich was die Wieder zu Geburt der deutschen Nation oder das Recht auf Ausreise solche Aufforderungen so wurde natürlich so niedergeschmettert oder solche Erlaubnisse auf ganz konkrete Fälle was die Ausreise anging war mehr als überflüssig und mitunter kam es zu spontanen Entscheidungen in Betracht auf die Sowjetdeutschen von Jahr zu Jahr wurden diese Maßnahmen in Betracht auf die Sowjetdeutschen als nicht ausreichend betrachtet und die Macht hat dabei nichts anderes als auf die sowjetdeutschen Intelligenz gestürzt sehr ähnlich war das Schicksal der Sowjetdeutschen mit dem von den Sowjetjuden ähnlich knapp vier Millionen diese und die beiden Gemeinden aber immer mehr immer mehr die Sowjetdeutschen und die Sowjetjuden identifizierten sich mit den ausländischen Staaten die potenzielle Gegner der Sowjetunion im Kalten Krieg wären und deswegen so musste die Macht auch ein bisschen flexibler so auf deren Bedürfnisse reagieren was die deportierten Völker angeht ob es sowjetdeutschen koreaner oder krimtatar waren so war es beabsichtigt kompakte Siedlungen zu bilden mit Machtstrukturen vor Ort so und die erste Phase hieß Verwurzelung der deportierten Völker Niederlassungsorten so die Erfahrung war durchgeführt 1979 ein deutsches autonomes Gebiet musste erscheinen im Nordwesten Kasachstan mit der Hauptstadt in der Stadt Jerementau aber am Vorabend der deutschen Autonomie kam es zu den sogenannten Zählen gerade Ereignisse und Protesten gekommen und die nationalorientierte Nomenklatur hat Widerstand geleistet ich meine die kasachische Nomenklatur und dass diese Proteste haben die Zentralmacht in Moskau entmutigt und was sie letztendlich zur Aufhebung der Pläne der Gründung der deutschen Autonomie im Februar 1980 brachte also diese Nomenklaturen Verhandlungen wanderte sich langsam nach Volga Gebiet wo die Nationalpolitik wurde nicht mehr als Instrument der kooperativen Regulierung sondern vielmehr als Aushandlungsprozess betrachtet und 1981 kam es zum Projekt der deutschen Autonomie mit Hauptstadt Karstenkut also diese Autonomie musste sieben Bezirke umfassen und Kurs Forte Estroika Ende 86 Anfang 87 der Sahato der Gewitzkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion klärte man wieder zu Plänen der Wiederherstellung der Republik also diese Zerstreuung und in Zeit und Raum also spricht dafür dass es mindestens nach Zölngraden Ereignissen die das Zentralapparat also die Idee der territorialen Wiederherstellung nie mehr wirklich ernst genommen hat zum Katalysatoren der nationalen Wiedergebot der sowjetdeutschen zur Perestroika Zeit wurde eine Reihe von Kundgebungen und Demos der Krimatataren in Moskau im Juli und August 1987 was letztendlich in ein Treffen mit dem Vorsitzenden des Oberen Rates der Sowjetunion landete als Ergebnis der Aktivisierung der nationalen Bewegung wurde der Besuch der Delegation der sowjetischen Deutschen zu Moskau und diese kommunikative Strategie war eine Fortsetzung der Tätigkeit der loyalistischen Flügels der deutschen Bevölkerung und Kompromiss Suche also die Gründung der all sowjetischen Gemeinschaft der sowjetdeutschen Wiedergeburt und deren Gründungskonferenz Ende März 1989 in Moskau stattfand in der Halle des Politischen Museums eine Reihe von Tatsachen zu Pedestrolika Zeiten so sagt aus dass diese Bürokratie am Ort mit deren Machtansprüchen und Ansprüche auf die Privatisierung der Machtressourcen lässt uns schließen dass diese Bürokratie am Ort lokale Bürokratie gibt keine Chance auf die Wiederherstellung der Autonomie der Sowjetdeutschen und die Führer der Sowjetunion so waren diesem Problem wahrscheinlich bewusst und so die Wiedergeburt der Staatlichkeit der Sowjetdeutschen an der Volga würde dann einen kardinalen Wandel heißen für die Nomenklature Zusammensetzung und den Ersatz der lokalen Bürokratie durch die Beamten aus den Reihen der Sowjetdeutschen so und die sowjetdeutschen Eliten würden für diese Nomenklaturen am Ort eine große Gefahr darstellen so weil sie auf keinen Fall zulassen würden also und deswegen hat die zentrale Regierung in Moskau deklarative Politik betrieben so langsam ohne konkrete Schritte und diese lokalen Eliten stellten eine große Hürde dar so was die Wiederherstellung der Staatlichkeit der Sowjetdeutschen an der Volga seit Dezember 1989 in Saratov und Volgograd unterstützt durch lokale Organisationen der kommunistischen Partei wie Direktoren von volkseigenen Betrieben entwickelte sich eine Bewegung gegen die Autonomie im idealen sozialen und politischen Raum ganz wie früher so die Interessen der Nomenklatur waren viel wichtiger und einschlaggebender ausschlaggebender für die Führung des Landes als die Interessen der sowjetdeutschen Gemeinde diese Taktik konkrete Politik zu imitieren und einfach vorzutäuschen vorzutäuschen setzte sich weiter fort ganze Schaufenster Organe entstanden 1990 wie beispielsweise die Kommission zur Erörterung der Probleme der Sowjetdeutschen die gegründet vom Ministerrat der Sowjetunion war oder 1980 90 wurden staatliche Komitee der russischen sozialistischen Teilrepublik oder Staatskomitee der Sowjetunion für nationale Fragen wurden gegründet oder Komitee zu Problemen der Sowjetdeutschen an der Regierung der Sowjetunion die keine klare Funktion hatten wir wissen dass Diskussionen zur Assoziation und Verband der Russlanddeutschen waren geprägt durch Konflikt und Zweiflügel Zweiflügel in der zivilgesellschaftlichen Bewegung nämlich die Befürworter der momentalen Wiederherstellung der Staatlichkeit vertreten durch Groth und moderaten Flügel vertreten durch Wormsbecher und Gar Eine Form der exterritorialen Lösung des deutschen Problems war der Rat der Sowjetdeutschen und die Delegaten sie mussten sich eingliedern in die neue Senkrechte der Macht und dieser nationale und territoriale Aspekt der russlanddeutschen Problematik wurde durch repräsentative Organe verschoben und faktisch gesehen der Oberrat der Sowjetdeutschen war gut integriert in die neuen Rahmen der sowjetischen Innenpolitik und die allsovietische repräsentative Strukturen die ersetzt hatten die ineffiziente parteiliche Senkrechte aus Sicht der sowjetischen Führung mussten irgendwie zusammenführen die zerfallenden nationalen Gebieten und Teilrepubliken der Sowjetunion und die Geschichte in Jahren 1991 wurde zum Höhepunkt des Konfliktes zwischen der Führung der Sowjetunion und der russischen Teilrepublik und während die deutsche Frage als eines der Werkzeuge in dieser Auseinandersetzung war Die Führer der Sowjetdeutschen nahmen Acht auf die politische Realität und versuchten die Unterstützung auf beiden Seiten zu kriegen und eher radikal eingestellte Wiedergeburt setzte größtenfalls auf die oppositionelle russische Führung während das Moderate Organisationskomitee setzte auf eine konventionelle Zusammenarbeit mit den sowjetischen Strukturen und das Gesetz vom 26. April 1941 zur Rehabilitierung der repressierten Völker stellte fest, dass jede Handlung zur Wiederherstellung der Staatlichkeit für repressierte Völker so müssten im Einklang zu Interessen der lokalen Bevölkerung stehen was für die Sowjetdeutschen eine Hürde für die Wiederherstellung der Republik wurde und als die oppositionelle Elite also der russischen Föderation zur neuen Elite wurde so was sicher war so nach dem nach dem gescheiterten Staatsputsch Notstandsputsch gründete man eine neue Elite und die neue Senkrechte der Macht baute man auf und der Boris Jeltsin die an der Spitze dieser Sendrechte stand hatte es bequemer und besserer mit volkswirtschaftlicher Nomenklatur der mittleren Ebene als mit ambitionierten impulsiven und selbstständigen Anführer der nationalen Bewegung zu tun haben im Herbst und Winter 1991 die lokale Bürokratie an der Volga konnte seine Möglichkeiten der Kontrolle über die Situation und Ressourcen doch zeigen aber die russische Macht aber die Ressourcen die Ressourcen so die also diese Bezirksbürokratie hatte war eher künstlerisch und diese Aktionen waren abgezielt nicht auf die Bundesebene eher vielmehr auf die deutschen Führer so die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges wurden verpflichtet im kollektiven Gedächtnis mit der Wiedergeburt der Autonomie ganz wie Wiedergeburt der deutschen Staatlichkeit wurden gleichgestellt mit dem Recht auf freies Leben und während seines Besuches am 8. Januar 1992 Boris Jelzen dank der Manifestierung des unkontrollierten ethnischen Konfliktes hat faktisch verzichtet auf das Versprechen deutscher Staatlichkeit wiederherzustellen und 1992 begann eine neue Phase eines schwierigen Rangierens in der deutschen Frage und die Zeit der multireteralen Verhandlungen Kompromisslösungen bei der faktischen Verzicht auf die Wiederherstellung der deutschen Staatlichkeit begann Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kollegen Vielen Dank Herr Dr. Chasin für Ihren wirklich sehr eindrücklichen interessanten und sehr tiefgehenden Vortrag da wir von der Zeit her jetzt schon etwas fortgeschritten sind würde ich wenn alle einverstanden sind vorschlagen dass wir jetzt direkt zu Herrn Dr. Eisfeld übergehen und die Fragen am Ende weiter Vorträge dann sammeln und am Ende wenn Herr Eisfeld fertig ist stellen und noch kurz diskutieren Ich sehe soweit Zuspruch also dann Herr Dr. Eisfeld würde ich das Wort Ihnen übergeben Sehr geehrte Damen und Herren liebe Kolleginnen und Kollegen seit dem denkwürdigen den denkwürdigen wissenschaftlichen Konferenzen des Jahres 1989 1989 in Almata und Moskau auf denen traumatische für die deutsche Bevölkerung Ereignisse und Entwicklungen mehr oder weniger zum ersten Mal übrigens kritisch beleuchtet wurden sind nun schon mehr als 30 Jahre vergangen die Konferenz in Almata stand noch unter dem Motto die Deutschen in der Bruderfamilie der Sowjetvölker in den Referaten war aber mehr die Rede von Diskriminierung in den drei Jahrzehnten danach wurde in Forschungsprojekten und wissenschaftlichen Konferenzen viele Aspekte der Geschichte Kultur und gegenwärtigen Lage der Deutschen im Russischen Reich in der Sowjetunion und den Postsowjetischen Republiken untersucht Auf alles kann man in einem Vortrag natürlich nicht eingehen Gestatten Sie mir deshalb dass ich auf drei wichtige aus meiner Sicht wichtige langfristige und mittelfristige Determinanten für die Entwicklung der Russlanddeutschen beschränke Als solche sehe ich erstens die Unifizierungsbestrebungen des Staates und die diskriminierende Einteilung von ethnischen Gruppen in die Kategorie unzuverlässige Völker Zweitens die Unterordnung von privaten Lebensentwürfen unter die staatlichen Interessen Drittens die fehlenden beziehungsweise kaum vorhandenen gesellschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten Diese drei Determinanten waren als Bestandteile des politischen und gesellschaftlichen Systems gleichzeitig wirksam und zwar kann man hört man nicht Ja sehr gut sehr gut Die waren gleichzeitig wirksam und zwar schon seit Ende des 19. Jahrhunderts Die Deutschen in der Sowjetunion wurden von Anfang an von der politischen Führung des Landes als Ethnie gesehen die zwar nützliche Eigenschaften verkörperte sich aber nicht leicht in das politische System in die kollektive Wirtschaftsführung einfügen wollte Die Bewegung für die Erlangung einer Gleichberechtigung nach der massiven Enträchtung während des Ersten Weltkrieges mit der Deportation von etwa 500.000 Deutschen aus den Weichsel Gouvernimus der Südwestregion also der Wolünien Deutschen den Ostseeprovinzen und dem Schwarzmeergebiet in der historischen Forschung ist das als Autonomiebewegung von 1917 18 beschrieben diese wurden in mehreren Schritten der Sowjetmacht untergeordnet in der Volga-Region mit der Gründung des Kommissariats für deutsche Angelegenheiten an der Volga dessen Aufgabe es war die Durchführung der Dekrete und Verfügungen der Sowjetregierung zu überwachen Die Selbsthilfe Organisationen in der Ukraine im Nordkaukasus und in Sibirien also Hungerhilfe landwirtschaftliche Genossenschaften Bildungsvereine ließen sich nicht in das von der Bolschewistischen Partei geleitete System integrieren und wurden deshalb binnen weniger Jahre aufgelöst an ihrer Stelle wurden Konferenzen parteiloser deutscher Bauern gerückt die von den Internationalisten der deutschen Sektion der RKPB auf Linie gebracht werden sollten also hier sehen wir durchaus eine Parallele zu dem was der Kassin auch berichtet hat über die Einflussnahme Möglichkeiten auf die deutsche Bevölkerung in den Nachkriegsjahren Die Aufgabe der Konferenzen der parteilosen deutschen Bauern und der deutschen Sektion war es nationale Dorfsowjets und etwas später die deutschen nationalen Raions zu organisieren Diese sollten nach dem Motto national in der Form sozialistisch im Inhalt funktionieren Der Führungsanspruch der bolschewistischen Partei wurde mithilfe politischer ökonomischer und polizeilicher Maßnahmen durchgesetzt und schließlich 1977 als Artikel 6 in die Verfassung der UdSSR aufgenommen Dieser lautete die führende und lenkende Kraft der sowjetischen Gesellschaft der Kern ihres politischen Systems der staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen ist die kommunistische Partei der Sowjetunion die KPDESU ist für das Volk da und dient dem Volk Abweichende Meinungen wurden in den 1920er bis 50er Jahre als antisowjetische und kontrevolutionäre eingestuft und in ihrer Masse mit dem Tod durch Erschießen weniger häufig mit mehrjährigen Einweisungen in Arbeitslager bestraft Davon waren auch zehntausende Russlanddeutsche betroffen und bis heute weiß man, dass schon ein Witz einen ins Gefängnis bringen oder den Tod bedeuten konnte Der politische Staatsschutz OGPU stufte bereits 1925 die deutsche Bevölkerung des Landes als Zitat sowohl dem Kommunismus als auch der UdSSR feindlich gesonnene Bevölkerungsschichten einerseits andererseits als Gruppe die danach strebt die nationalen Interessen Deutschlands unter den nationalen Minderheiten zu stärken ein über die sukzessive verstärkte operative Überwachung der gesamten deutschen Bevölkerung nicht einzelner Personen sondern der gesamten deutschen Bevölkerung der Ukraine und den Massenterror der 30er Jahre kann nachgelesen werden in der umfangreichen Einleitung zur Dokumentenedition der große Terror in der Ukraine die deutsche Operation 1937 38 die in russischer und deutscher Sprache veröffentlicht wurde Über die Entwicklung in der ISSR der Volga Deutsche hat Kollege Arkady Germann in seinem zweiten Band die Geschichte der Volga Republik geschrieben Unzuverlässige Volksgruppen zu denen neben Polen vor allem die Deutschen in den grenznahen Landkreisen der Ukraine zählten wurden erst aus sozialen Gründen also Kolaken oder auch andere ehemalige aus ihren Wohnorten verbannt 1936 erfolgte die Deportation der gesamten polnischen und deutschen Bevölkerung aus zwei Landkreisen Volyniens nach Zentralkasachstan nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht und ihrer Verbündeten auf die Sowjetunion wurde im Verlauf des Jahres des Herbstes 1941 die gesamte deutsche Bevölkerung des europäischen Teils der UdSSR und der Transkaukasischen Republiken nach Kasachstan und Sibirien deportiert dabei wurde gegen die Deutschen in der Volga Region der Vorwurf der Kollaboration mit dem Feind erhoben ein Vorwurf mit dem die kollektive Bestrafung gerechtfertigt werden sollte ich mache darauf aufmerksam dass Deutsche in den anderen Landesteilen des europäischen Russlands nur den Vorwurf antisowjetisch oder den Verdacht der möglichen Kollaboration mit dem Feind verdächtigt wurden und deshalb auf administrativen Wege deportiert wurden die Volga Deutschen wurden des Vaterlands Verrats beschuldigt wichtig ist im Zusammenhang mit dieser ethnischen Deportation im Auge zu behalten dass die deportierte Bevölkerung in Regionen Kasachstans und Sibiriens eingewiesen wurde gereich an Bodenschätzen und natürlichen Ressourcen also Land Holz Fisch und andere waren und einen hohen Arbeitskräftebedarf aufwiesen diese Regionen hat man seit Mitte der 20er Jahre wenig erfolgreich versucht durch die planmäßige Umsiedlung sogenannte überschüssiger Landbevölkerung zu erschließen wie schwierig sich dieses Ziel erreichen ließ zeigen folgende Angaben nach dem Umsiedlungsplan für die Jahre 1940 41 sollten in die Regionen Altai und Krasnayarsk sowie die Gebiete Omsk und Novosibirsk 140.000 Familien gebracht werden also in Friedenszeiten planmäßig umgesiedelt nach den Rechenschaftsberichten der Kolchosen Westsibiriens kamen dort 1940 aber nur 45.300 Familien an davon sind noch im Verlauf des Jahres 16.000 Familien also 35% in ihre früheren Wohnorte zurückgekehrt die Gründe dafür waren das Fehlen von Wohnraum mangelhaft vorbereiteter Aufnahme und Einrichtung der Neusiedler Misserbenden und niedrige Entlohnung ähnlich sah es auch mit der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen in Kasachstan aus ich betone das war noch in Friedenszeiten wo der Staat über ja die volle Handlungsmöglichkeiten verfügt hat nach Kriegsausbruch hat sich die Situation mit verfügbaren Arbeitskräften durch die Mobilisierung der Männer für die Armee rapide zugespitzt so wurden 1941 in Kasachstan etwa 500.000 Mann aus der Landbevölkerung für den Fronteinsatz mobilisiert darunter etwa 26.000 Traktoristen also es blieb kaum jemand zum Flügen übrig Mit der Deportation der deutschen Bevölkerung 1941 wurde vor allem das Ziel verfolgt die Kontrolle über deren Arbeitskraft zu behalten und nicht zuzulassen dass diese von deutschen Stellen genutzt werden kann Es wäre ja möglich gewesen anstelle der Deportation der Deutschen von der Krim aus der Ukraine und dem Nordgaugasus Hunderttausende von Ukrainern Russen und Belarusen zu Evakuieren Entschieden hat man sich aber für die Deportation der deutschen Bevölkerung über die Evakuierung spreche ich hier nicht weil das eine völlig andere Situation war Die deportierten Deutschen wurden in jene Region Westsibiriens und Kasachstans eingewiesen in die überschüssige Landbevölkerung umgesiedelt werden sollte Um diese deportierten Arbeitskräfte an die für sie vorgesehenen Orte zu binden wurde schon im Herbst 1949 Einschränkungen in der Wahl der Arbeitsstelle eingeführt Die Bewegungsfreiheit wurde erst auf den Verwaltungsrayon danach auf den Aufenthaltsort beschränkt Mit dem Inkrafttreten des Erlasses des Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR vom 26. November 1948 bekam dieses Verbot seine endgültige Fassung Die Ansiedlung sollte für ewige Zeiten gelten Das unerlaubte Verlassen des Ortes der Sondersiedlung wurde als Flucht qualifiziert und mit 20 Jahren Zwangsarbeit bestraft Mit der Befreiung des Territoriums der Ukraine kehrten die damals üblichen Behörden und Verwaltungen darunter das NKWD zurück Nun wurden Zivilisten repressiert die auf die eine oder andere Art mit der Besatzungsmacht kollaborierten Eine Gruppe bildeten jene Deutschen die in die deutsche Volksliste Ukraine aufgenommen wurden den Volksstumsausweis bekamen aber ukrainisches Gebiet nicht verließen Sie wurden des Vaterlands Verrats beschuldigt und den Straflager mit strengem Regime in der Region Krasnayarsk und dem Gebiet Novosibirsk eingewiesen Es ging bei der Deportation von Personen dieser Kategorie vor allem um deren Bestrafung denn 60 bis über 80 Jährige konnten im Kohlebergbau und in der Forstwirtschaft keine Arbeit mehr verrichten Aus der Ukraine wurden sie rücksichtslos entfernt In die Ukraine heimlich zurückgekehrte deportierte Deutschen wurden in die Verbannungsgebiete zurückgebracht Mehr einzelnen weil viele von ihnen zeitweilig in der britischen oder amerikanischen Besatzungszone waren und somit Spione sein könnten Sie unterlagen der operativen Überwachung durch die Sicherheitsorgane bis zur Vollendung ihres 70. Lebensjahres Die Spionagepsychose wirkte bis in die 1980er Jahre hin Die letzte Filtration die ich urkundlich gesehen habe datiert mit dem Jahre 1987 Nach Stalins Tod begann sich die Lage der deutschen Bevölkerung langsam zu bessern Am 12. Mai 1953 hat der Chef der Abteilung Sondersiedlungen des Innenministeriums der UdSSR Alidien in einem Berichtsentwurf für Innenminister Krugloff über den Zustand der Sondersiedlungen und Maßnahmen zu deren Regulierung folgende Bewertung der deutschen Bevölkerung der UdSSR festgehalten Ich zitiere Als prophylaktische Maßnahme im Zusammenhang mit dem Kriegszustand wurden ohne vorhanden sein kompromittierenden Materialien vor allem Sowjetbürger deutscher Volkszugehörigkeit in Sondersiedlungen eingewiesen und der Aufsicht der Organe des Innenministeriums 967.145 Personen unterstellt Außerdem wurden aufgrund einzelner Verfügungen des Innenministeriums der UdSSR 1959.906 Ortsansässige Deutsche in die Sondersiedlungsüberwachung einbezogen Die Ortsansässigen waren Deutsche die schon vor dem Krieg in Kasachstan und Sibirien wohnhaft waren und keinerlei Berührung mit den Besatzungsbehörden hatten Die Staatsführung der UdSSR war aber noch viele Jahre lang nicht bereit dieses einzugestehen Erst wurden Mitglieder der Kommunistischen Partei vom Regime der Sondersiedlung gefreit dann Ordensträger danach Kinder unter 16 Jahren und Kinder deren ein Elternteil zu einer nicht deportierten Volksgruppe gehörte Die größte Sorge der Partei und Sicherheitsorgane bestand darin dass die Deportierten massenweise die für sie bestimmten Regionen der Sondersiedlungen verlassen würden Hier kann ich auch an eine Aussage von Mikajan aus dem Jahre 1965 erinnern Er sagte ja was passiert wenn wir die Volker Republik wiederherstellen und die Deutschen aus Kasachstan wegziehen wer wird dann in den Kohlebergwerken und in der Landwirtschaft arbeiten Erst nach Konrad Adenauer Moskau Besuch im September 1955 fand sich die sowjetische Führung bereit das Regime der Sondersiedlung abzuschaffen mit der Begründung dass die bestehenden Beschränkungen in der Rechtsstellung der deutschen Sondersiedler und ihrer Familienangehörigen in Zukunft nicht weiter notwendig sind sie waren aus der Zugehörigkeit zur Sondersiedlung zu entlassen und von der administrativen Kontrolle der Organe des MWD zu befreien gleichzeitig wurde verfügt dass die Aufhebung der durch die Sondersiedlung bedingten Beschränkungen für die Deutschen nicht die Rückgabe des Vermögens zur Folge hat das bei der Verschickung konfisziert worden war ferner dass sie nicht das Recht haben in die Gegenden zurückzukehren aus denen sie verschickt worden sind damit wurden die Deutschen des Landes ihrer Heimat beraubt sie verloren sowohl ihr privates als auch ihr vergesellschaftetes Eigentum an Land und Industrie Unternehmen sämtliche Bildungs- und Kultureinrichtungen wie Schulen Fach- und Hochschulen Theater Museen Archive und so weiter nach dem Rückkehrverbot vom 13. Dezember 55 hat der Ministerrat der ukrainischen SSR am 15. Dezember 56 ein Rückkehrverbot in die Ukraine für Krim-Tataren Deutsche Griechen Bulgaren Armenier und andere von der Krim deportierten Personen verhängen Am 3. März 58 folgte ein Beschluss des Ministerrates der ukrainischen SSR wonach die Rückkehr von deportierten Deutschen in die Gebiete Odesse Zaporozhia Kherson Nikolaev Krim und Transkarpathien untersagt wurde mit der Begründung es sei bei der Rückkehr einer größeren Personenzahl schwierig diese unterzubringen und mit Arbeit zu versorgen damit sollte die ethnische Säuberung der Ukraine von Deutschen endgültig bleiben dieser Beschluss wurde gefasst nach dem 20. Parteitag der KPD DSU der eine Wende im Schicksal aller deportierten Völker außer den Deutschen den Krim Tataren und den Türken Messcheten mit sich brachte diese drei Volksgruppen durften weiterhin nicht in ihre Siedlungsgebiete zurückkehren Die Kommunistische Partei und die Staatsführung der UdSSR fassten seit 1949 mehrere Beschlüsse die auf eine Integration der deutschen Bevölkerung in das berufliche soziale und politische Leben an den Orten der Sondersiedlung abzielten Es ging dabei vor allem darum deren Arbeitskraft zu erhalten und sie im Geiste des Internationalismus zu erziehen Diese Kampagnen zur Verbesserung beziehungsweise Vervollkommnung der politischen Erziehung liefen offiziell bis 1974 Die damit verfolgten Ziele konnten nur teilweise erreicht werden Es ist im Verlauf der 20 Jahre nach der Abschaffung des Regimes der Sondersiedlung zwar der Anzahl der Mitglieder und Kandidaten der KPDSU und des Kommunistischen Jugendverbandes Komsomol angestiegen und es wurden mehr Deutsche in ihren Berufen befördert sowie in Wahlämter gebracht Gleichzeitig hat aber auch die Religiosität trotz massiver Verfolgung der Gläubigen vor allem Baptisten und Freikirchen merklich zugenommen Es wurden landesweit Kirchen Gemeinden gegründet die in der Folge die Bildung von katholischen Bistümern und evangelisch lutherischen Landeskirchen ermöglichten Als besonderes Problem haben sich die wachsenden zivilgesellschaftlichen Aktivitäten herausgestellt wobei es sich um zwei diametral entgegengesetzte Zielrichtungen handelte Während Repräsentanten sich zunehmend um die Repatrianten sich zunehmend um die ausreisende Bundesrepublik Deutschland im Zuge der Familienzusammenführung bemühten unternahmen servietpatriotisch gesinnte Russlanddeutsche vor allem Volga-Deutsche zur gleichen Zeit einige Aktivitäten mit dem Ziel eine Gleichberechtigung innerhalb des Servietsystems die Wiederherstellung der ISSR der Volga-Deutschen zu erreichen Die zaghaften völlig unzureichenden staatlichen Programme zur kulturellen Betreuung also Alleinkunst Rundfunk und Fernsehsendungen das deutsche Schauspielhaus in Timmerdau und zur politischen und gesellschaftlichen Integration der nachwachsenden Generation konnten weder zu einer Konsolidierung der deutschen Bevölkerung auf nationaler Grundlage noch zu einer Versöhnung der älteren und mittleren Generation mit dem Sowjetsystem führen Zu tief waren die Gräben des gegenseitigen Misstrauens zu stark die Nachwirkungen der traumatischen Erfahrungen des Terrors der 30er und der massiven Diskriminierung während der Kriegs- und Nachkriegsjahre In den Jahren der Glasnest und Perestroika wurden die schmerzhaften Vorgänge von der Vergangenheit medial zum Teil auch auf dem Wege der Gesetzgebung aufgearbeitet Eine überzeugende Bleibeperspektive ist daraus eigentlich nur für jene Assimilierten Erwachsenen die keinen Aufnahmebescheid für die Umsiedlung nach Deutschland bekommen konnten und für eine relativ dünne Schicht der gut Angepassten die mit ihrer Situation zufrieden sind Dabei wird ausgeblendet dass der Präsident Russlands Boris Jeltsin 92 der Wiederherstellung der Volkerepublik eine Absage erteilt und das Siedlungsland auf das Truppenübungsgelände Kapustin Jahr verwiesen hat In den darauffolgenden Jahren gab es zahlreiche Sitzungen der deutsch-russischen Regierungskommission für Angelegenheiten Russlanddeutschen Es wurde ein Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Russischen Föderation zur stufenweisen Wiederherstellung der Staatlichkeit der Russlanddeutschen unterzeichnet Schließlich ein föderales Komplexprogramm für die Schaffung und Entwicklung der Gemeinschaft der Russischen Föderation ausgearbeitet Zum Schluss kam ein Gesetz über die national-kulturelle Autonomie im Jahre 96 heraus womit die Abkehr von der Wiederherstellung der territorialen Autonomie festgeschrieben wurde Die Bestrebungen der Führung Russlands eine russländische Nation rassistischer Nazi mit einer stärkeren Zentralisierung der Verwaltung unter Abschaffung der bestehenden nationalen Republiken die gegenwärtig eben auch läuft erinnern an die Russifizierungs Bestrebungen in den letzten Jahrzehnten des Zarenreiches und den gescheiterten Versuch ein Sowjetvolk in den 1970er 1980er Jahren zu schaffen Beide Versuche haben zu enormen innenpolitischen Verwerfungen und dem Auseinanderbrechen des Staates geführt Die Verschlechterung ja Verschärfung der Beziehungen zwischen Russland und der westlichen Welt wird so ist zu befürchten zu neuen Konflikten führen Ich nenne hier nur mal Gesetze über die ausländischen Agenten über die Zensur der Medien und so weiter Die hegemonialen Bestrebungen und bewaffneten Konflikte haben bereits Zerstörungen in den bilateralen und multilateralen Beziehungen geführt die sich in unterschiedlicher Weise auch auf die Lage der deutschen Bevölkerung in Russland Kasachstan und in der Ukraine auswirken Zum Schluss möchte ich noch hinzufügen dass die drei Determinanten die von mir eingangs genannt wurden durchaus präsent sind zum Beispiel darin dass noch bis in die späten 40er Jahre in großen Auflagen Bücher und Gesetze Texte veröffentlicht wurden über die deutsche Spionage in denen dann auch immer ein Kapitel den Kolonisten also den Russlanddeutschen gewidmet war und auf diesen Materialien sind die Sicherheitsorgane geschult worden bis in die 50er bis in die 60er Jahre und ich sehe dass vieles von diesen Klischees die schon zum Teil Ende des 19. Jahrhunderts publizistisch durchaus bekannt waren noch immer eine Rolle spielen und ich denke dass wir in unseren Diskussionen den Blick nicht nur darauf richten sollten welche Gesetze verabschiedet wurden und wie gut oder wie schlecht sie sind sondern darauf wie längerfristige Klischees längerfristige Vorurteile auf das Denken der Menschen wirken und letztendlich wirken Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit Ja sehr geehrter Herr Dr. Eisfeld vielen vielen Dank für den Vortrag noch mal eine kurze Technikfrage können alle die Dolmetscher Kanäle hören also können sie umschalten wenn ich jetzt deutsch spreche und den russischen Kanal hören vielleicht kurzes nicken und umgekehrt auch ja also Herr Dr. Chasin hat auf Russisch gesprochen Sie können auch alle den deutschen Kanal hören ja okay gut super dann danke ich den beiden Referenten ganz herzlich für ihre wirklich tiefgehenden interessanten Vorträge ich denke wir haben mit diesen beiden Vorträgen ein wirklich gutes Fundament jetzt gelegt ja für die für die Tagung für die nächsten Vorträge beziehungsweise Panels einerseits eben aus Sicht des Staates andererseits aber auch aus Sicht der Gruppe der Russlanddeutschen selbst ähm gibt es denn erste Fragen zu den beiden Referenten ähm ich sehe jetzt keine Meldungen dann würde ich mal die erste Frage stellen und versuchen das Eis in unserem Zoom Raum zu brechen Sie beide das ist eine Frage die ich gerne an beide stellen möchte Sie haben beide davon berichtet dass eine Rückkehr der russlanddeutschen Andi Volga natürlich auch mit Angst verbunden war mit Angst vor Nationalitäten Konflikten eine Frage die die ich mir gestellt habe und die ich denke bei Herrn Dr. Eisfeld auch immer wieder eine Rolle gespielt hat war auch die Frage von Arbeitskräften dass man Menschen wahrscheinlich auch aus dem Grund deportiert hat um bisher unbesiedelte Regionen zu besiedeln um Regionen in denen es noch keine Industrie und auch eine ganz schwach ausgeprägte Landwirtschaft gegeben hat wenn es sie denn überhaupt gegeben hat nutzbar zu machen und das bringt mich so ein bisschen auf den Punkt dass man ja auch im größten Land der Erde natürlich auch seit ungefähr dem 19. Jahrhundert soweit ich mich erinnere Angst hat vor dem leeren Raum und da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren wer von Ihnen möchte anfangen vielleicht der Dr. Khazin wenn Sie starten wollen also ich wage anzufangen erstens das größte Problem der Sowjetunion auch in den 70er und 80er Jahren so war der Wandel der Migrationsprozesse die Migrationsprozesse in Russland ging immer von der Mitte zur Peripherie aber in den 70er Jahren diese Migration änderte die Richtung und die Arbeitskräfte im Menschen in der In der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurde zum neuen Fokus der Sowjetpolitik die Gewinnung an Erdöl und Erdgas aus den entliegenden Regionen Was die volkswirtschaftliche Rolle der Sowjetdeutschen und anderen Nationalitäten angeht, natürlich spielte das eine Rolle, aber noch wichtiger war der multinationalen Frieden. Aber das sowjetische System war sehr pedantisch aufgebaut und die Sowjetdeutschen, sie hemmten sich von dem Hintergrund ab. Die Sowjetdeutschen waren nicht zu kontrollieren über konventionelle Verwaltungsweise und das war eigentlich das Problem für die Sowjetunion. Also all diese Selbstorganisationen, damit konnte die sowjetische Führung nichts anfangen. Also das konnte sich nicht anpassen an die konventionelle Nationalpolitik der Sowjetunion. Also diese Entschlossenheit der Sowjetdeutschen war eine Herausforderung für die sowjetische Führung. Und die volkswirtschaftlichen Aktivitäten der Sowjetdeutschen hat natürlich einen Beitrag geleistet zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Aber viel größer erscheint mir das Problem der Unkontrollierbarkeit der Sowjetdeutschen. Also die sowjetische Führung hatte keinen Plan für die Lösung der deutschen Frage. Also wie man exterritorial eine nationale Frage mit der Frage auseinandersetzt, das war eine Herausforderung. Also wieso die Sowjetdeutschen nicht wirklich rehabilitiert waren, war eine große Frage. Also es war einfach unmöglich, also für die Innenpolitik, also die deutsche Frage einzubliefern. Ja, also ein Auseinandergriffen der Nationalitäten so warm, so eher eine größere Herausforderung als der wirtschaftliche Beitrag. So meine Aussage. Ich sehe die Geschichte vielleicht ein klein bisschen anders. Und zwar sehe ich die Lage und die Entwicklung der deutschen Bevölkerung in der Sowjetunion in einem größeren Rahmen. Die Einteilung in unzuverlässige Völker ist die eine Geschichte, unstrittig. Ich sehe aber auch, dass man versucht hat, die rohstoffreichen Regionen mit einer Bevölkerung zu erschließen, die erst mal rechtlos gemacht werden musste. Man hat zum Beispiel während des Krieges ja auch sehr, sehr viele Zivilisten aus dem europäischen Teil evakuiert in östliche Teile. Die sind aber, nachdem ihre Heimatorte befreit wurden, zurückgekehrt. Die hat man ja nicht aufgehalten in der Sondersiedlung. Mit dem Deutschen ist man an das Verfahren erst mal rechtlos machen, dann binden für ewig. Und worauf ich im Vortrag nicht hingewiesen habe, war ja, dass man sofort nach der Deportation der Volga-Deutschen dort Bauern aus umliegenden Gebieten, aber auch aus der Ukraine, aus Westrussland eingewiesen hat. Die Wirtschaft hat dann mehr schlecht als recht funktioniert. Aber gleich so ist man verfahren mit den deutschen Siedlungen in der Ukraine. Es gab einen Beschluss des Volkskommissarenrates der Ukraine aus dem Jahre 1944, wonach in die verlassenen deutschen Siedlungen Ukrainer eingewiesen wurden, die aus Polen und aus der Westukraine weiter nach Osten verpflanzt wurden. Mit den 53 oder 56 Kolchosen, was es waren in der Region Orgenikinze, ist man genauso verfahren. Kaum waren die Deutschen weg, da hat man schon aus den umliegenden Landkreisen Bauern dorthin überwiesen. Es ging nicht nur um Kühe melden oder Getreide ernten, sondern es ging darum, dass man diesen Besitz dauerhaft übertragen hat an nichtdeutsche Bevölkerung, an Betriebe, die dann fortbestehen sollten und dieses Land bewirtschaften sollten. Und bei den Deutschen, die man deportiert hat, ging es bis 1974. Und da würde ich Herrn Christoph ein bisschen widersprechen. Er sagte, dass es keine Programme zur Integration der deutschen Bevölkerung gegeben hat. Nein, es hat sie gegeben. Nur ich würde sagen, Programme, um diese Bevölkerung an den Orten der Verbannung nutzbar zu machen. Denn es ging darum, dass man sich zum Beispiel überlegt hat, Hofland zuzuteilen, damit die deportierten Volkadeutschen in Sibirien und Kasachstan bleiben. Es ging in Parteidokumenten darum, wie viel Prozent der Deportierten jetzt schon ein Dach über dem Kopf haben, eine Kuh haben, wie viele von ihnen im Komsomol sind, wie viele schon Brigadierer sind oder dergleichen. Also man hat sie nach sowjetischen Maßstäben integriert, aber ohne darauf zu achten, ob sich das mit ihren privaten Lebensentwürfen deckt. Und ich möchte auch noch ein klein bisschen widersprechen. Die Bewegungsfreiheit wurde nicht 1972 zurückgegeben, sondern erst 1974, nachdem auch diskriminierende Gesetze genannt wurden. 1972 war es ja nur eine Deklaration, man sollte es tun. Und erst 1974 hat man es getan. Und 1991 erst wurden im neuen Leben dann noch einmal eine ganze Reihe von diskriminierenden Rechtsvorschriften genannt, die erst 1991 außer Kraft gesetzt wurden. Also man kann nicht davon sprechen, dass die Behörden unwissend waren über die tatsächliche Lage der Deutschen und über deren politische Einstellung. Einzelne defetistische, sagen wir mal auch antisowjetische Äußerungen hat es bei Menschen aller Volksgruppen gegeben, darunter auch bei den Deutschen. Eine massenweise Erscheinung war das nicht. Es war kein organisierter Widerstand aus den Reihen der Deutschen. Auch das wusste man beim NKWD bestens, weil ja jeder Zehnte auch unter den Deportierten Zuträgerdienste verrichtet hat. Also man hat die Bevölkerung total überwacht. Und was eben wichtig ist, dass man versucht hat, auch in den 70er, 80er und dann in der Welle der Autonomiebewegung immer Linientreue an die Spitze zu setzen, ohne dass sie aber Handlungsfreiheit hatten. Und sie konnten nur Beschlüsse ausführen. Das ist aber systemimmanent gewesen, nicht nur für Deutsche so charakteristisch. Und deshalb sehe ich auch die Geschichte mit der Autonomiebewegung viel kritischer. Denn bekannt sind Dokumente auch darüber, dass man schon in einem sehr frühen Stadium konstruktive Elemente in die Autonomiebewegung entsandt hat. Und zwar auf Empfehlung der ideologischen Abteilungen der Gebietsparteikomitees. Ja, vielen Dank. Sie können die Diskussion auch gerne im Chat dann noch fortsetzen oder sich anderweitig austauschen. Ich sehe jetzt noch eine Meldung von Frau Ilarionova, die würde ich jetzt gerne noch dran nehmen. Ja, guten Tag. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich möchte trotzdem auf Russisch meine Bemerkungen machen, weil beide Referenten Russisch gesprochen haben. Ich kann Herrn Hasen nicht zustimmen bei seinen Überlegungen, schätzt er aus heutiger Sicht ein. Und wenn wir alle so gründlich analysieren, tiefer in die Archive greifen, das Problem war offensichtlich. Und es gab keine Diskussion, ob wir also die Menschen in der Ferne sind wollen. Und es gab keine politischen Sinnungen, es gab keine politischen Sinnungen. So, wenn wir genau hinschauen, wer zurückgehren dürfte, wer nicht. So, da haben wir mit einem System klicken. Ja, die Chechenen, die Koloniken, die in Ruschen, die Kabardinas, die dürften zurückgehren. Aber nicht, wie soll die Deutschen. Ja, andere, auch andere Bestandkirker der Russischen Föderation, die nicht durchgehren dürfte, das waren die Koreaner, die Deutschen dürften nicht. Also, die vollen, die mir zu ihrer Zeit auch so zwangsgesiedelt worden, auch die ösbaltischen Kölkern bekamen sie dieses Recht nicht. Also, aus meiner Sicht herrschte eine ganz andere Logik bei den Marktfabenden in den 70er und 80er Jahren. Die gesellschaftliche Meinung spielte da, da gab es keine Rolle, die Partei weitete und herrschte über die administrativen Maschine, die funktionierende Halbungsfluss. Also, meine Tese ist, Herr Hasiner hat recht, dies ist eine Geschichte, die Partei zu beschrieben. Die Geschichte der Gewalt, die Regierung in allen Patienten ist noch weit vom Vollendensein, das ist meine Meinung. Nur eines Augenblick spiele ich Ihnen, so 200 Prozent spiele ich Ihre Aussage zu. Also, die Frage ist nur, woran, so wie war diese Entscheidung motiviert? Wie war so, nehmen wir sie den Fall Kring? Ja, also die Halbungsflusskring wurde wirklich russisch. Und ab den 50er Jahren, so, ließ man die Katarren auf der Kring Halbungsfluss wieder sieben. Und das war eine ziemlich komplizierte Aufgabe. Ganz lieb, wohl der Deutschen. Auf einmal, also eine Millionenbevölkerung mit deutschen Wurzeln, in den ösigen, zwischfältigen gesellschaftlicher Akzeptanz. Und diese Menschen wieder ihre Heime zurückzubeziehen, so gute Heime, so wie schon andere Leute, die ich erwarten sehe, wurde unentbehrlich so Konflikte entfachten. Wir müssen das auch betrachten und es gibt keinen Grund, nicht zu denken, dass solche Bedenken, die Mannhabenden so nicht in Betracht gezogen haben. Also die symbedische Politik war sehr linear und sehr archaisch. Also eine symbedische, russische Politik war, die archaische Weise, Probleme zu lösen. Also moderne Probleme auf archaische Weise, auf konservative Weise. Die Nationalpolitik war nicht nur national, sie war international. Und die nationalen Widerheiten, ihre eigenen Staaten im Ausland hatten, natürlich, so hatten diese Menschen eine andere richtige Lage. Diese die Deutschen wurden deportiert, aber sie waren so nicht Chichen gleichbestellt. Denn die Deutschen hatten ein anderes Land im Ausland, also Eigenheim sozusagen. Was die Katholische Union, die Sowjeten macht, in den 60ern und 70ern angeht. Also die Entscheidungen wurden auf persönliche Verordnungen gemacht. Also meine These ist, Frau Ella Riode, die Entscheidungsfindung in den 60ern und 70ern Jahren, so unterscheiden sich von der in den 30ern und 40ern. Das ist doch nicht. Entschuldigung, ganz kurz. Wir danken Ihnen für die rege Diskussion und freuen uns auch, dass das Thema so eine rege Diskussion ausgelöst hat. Aber wir würden jetzt kurz eine Pause machen bis 16.15 Uhr. Wir hatten auch ein paar Technikprobleme. Wir hoffen, dass wir die jetzt auch in der Pause dann noch beheben können. Vielen Dank. Ich würde jetzt kurz Dr. Alexander Minor vorstellen, der gleich einen Vortrag halten wird zum Thema Sprachvarietäten und Identität der Russlanddeutschen. Herr Dr. Minor ist Lehrstuhlleiter und Dozent an der Staatlichen Universität Saratov in Russland an der Fakultät für Fremdsprache und Sprachdidaktik am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Methodik ihres Unterrichtens und hat in deutscher Philologie promoviert. Guten Tag und ich möchte zum Thema Sprachvarietäten und Identität der Russlanddeutschen diskutieren. Also zunächst ein kleiner Überblick über den Inhalt meines Vortrags. Zunächst über die Anfänge des Deutschen in Russland. Dann die vier Pernkürden der Russlanddeutschen Sprachgeschichte. Die sogenannte Herkunft der deutschen Sprachvarietäten in Russland. Und danach kommt die Plastifikation der staatlichen Identitäten der Russlanddeutschen und eine Zusammenfassung und Ausblick. Also ja, es stört ein bisschen, dass ich Sie höre, den Dolmetscher. Können Sie uns hören? Wie kann man das ausschalten? Wie geht es? Hat noch irgendjemand ein Mikro an? Dann würde ich Ihnen bitten, das auszuschalten. Also Sie nicht, aber von den Teilnehmern. Nein, okay. Eigentlich können wir Sie gut hören, Herr Dr. Minot. Okay, also das wäre der Überblick meines Vortrages. Hier ist so ein wahrscheinlich bekanntes Bild der deutschen Dialekte, der deutschen Mundarten, wie sie eingeteilt werden, denn das ist auch wichtig, denn praktisch alle Grundarten sind bei den Russlanddeutschen in ihren Sprachvarietäten vertreten. Und wie man so sagt, die Zukunft einer Sprache hängt also von ihrer Herkunft ab. Also die Sprache eines Aloktonenethnos, also die Sprache eines Volkes, das in einer fremdsprachigen Umgebung lebt und sich entwickelt, erhält einen starken Einfluss der Sprache der Umgebung. Dieser Einfluss kam in einigen Zellen, in einigen Zellen ist es für Verbrengung, Verbrengung der Muttersprache führen, in anderen Zellen aber zur Bildung eigentümlicher Fischensprache. Bei der deutschen Sprache in Russland handelt es sich um eine Situation, in der die Sprache, die deutschen Kolonisten aus den Ländern mitgebracht haben, lange Zeit aus dem Gebrauch nicht verschwindet sind, sondern es gibt Potenzial für weitere Möglichkeiten, Verbesserung und volle Betriebe der Sprache in allen Bereichen der Kommunikation erhalten haben. Die eigentliche Geschichte der deutschen Sprache in Russland beginnt mit der Ansiedlung deutscher Kolonisten an der Ober- und Süderwolke. In den 1760er Jahren, während der gesamten Einwanderer-Zeit der Deutschen in das Russische Reich, organisierten sich auch ihre Siedlungen in der Schwarzmeer-Rivion, in der West-Ukraine, in Italien und in anderen Orten. Insgesamt sind nach Russland in das Russische Reich mehr als die 40.000 Kolonisten aus den deutschen Ländern gestanden. An der Folge gründeten die Kolonisten in der Zeit von 1764 bis 1768 wieder die Siedlungen. Das Hauptprinzip bei der Besiedlung der Kolonien stand darin, dass alle Kolonisten einer Siedlung derselben Siedlung angehörten. In der Regel waren es katholisch oder evangelisch-kolonistische Kolonisten. Also mit den ersten Tagen der neuen Siedlungen begannen die Prozesse der Dialektmischung und des Ausgleichs von interdialektalen Unterschieden. In dieser Zeit bilden sich gemeinsam lokale Kolonialsprachen heraus, die allmählich zum wiesbischen Kommunikationsmittel in den eigenen Kolonien, aber auch im Zusammenwirken mit den Nachbarn geworden sind. Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, haben sich im Wolkengebiet zwei Areale der Kolonien, hier steht es auf der Karte, da kann man das sehen, also die nördliche Gruppe, die nördliche Berater von den Knopf, die Wolken entlang und die südliche Gruppe. Entschuldigung, da habe ich jetzt also, Entschuldigung, ah, da, diese Karte, bitte. Also das ist die Karte, die Georg Dingens bezeichnet hat und hier sehen wir die nördliche Gruppe, die ziemlich gleich, gleiche, äh, gleiches Lautsystem und lexikalischen Wichtern. Und hier ist die, die südliche Gruppe, in der Nähe südlich von Togrovsk oder eben, da ist das auch, also, ich könnte mich sagen, da hat sich also auch eine ziemlich einheitliche Arealsprache herausgebildet. Und da gibt es mit einer kleinen Gruppe von den mennonitischen Kolonien, hier, den Trakt entlang. So, da, die Situation etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem Rollergebiet aus. Auf der Karte, ähm, also die lexikalische phonetische Zusammenfassung der neuen gemischten sprachlichen Varianten behielt oft viele Merkmale der Dialekt bei, wie an ihrer Entstehung beteiligt war. So finden sich im Krieg der Kolonie Katharinenstadt, die hauptsächlich mit dem hoffentlich-deutschen territorialen Dialekt geprägt ist. Einige Merkmale des hessischen, bayerischen und anglischen Dialekts. Die meisten wohlge-Dialekte deutscher Kolonialisten sind mitteldeutsche und hochdeutsche Herkunft. Interessantes Material hierzu findet sich im Dialekt der Kolonie Freis, Deutsch, die 1767 von Vertretern von 129 Siedlern in Deutschland, Österreich, Nottingen, Luxemburg gegründet wurden. Von den ersten Siedlern stammte etwa ein Stift aus Hessen. Jedoch weiß der Preis der Licht, trotz des relativ geringen Tritts der aus Hessen angekommenen Siedlern, die Zölkungsstruktur in der Vollandien ausgeprägte Merkmale des Hessischen Dialekts. Also mit kleinen, geringen Abweichungen und Elementen am Dialekt taucht. Damit behielt die neue Mischungsart von Reich die grundlegende schachtgeografische Informationen über die ersten Bete, die diese Kolonie gründeten. Die neue Sprachvarietät, der sich nun mit der Zeit an Einsehner befinden, trug wesentlich zur Herausforderung der neuen Identität der Preis der Geist. Sie entstanden sich trotz der größten Ausdeutschung als deutsche Ausbrei, als deutsche Ausbrei. Ihr Mundart war zu einem konsolidierenden Mittel geworden, die sie gegen Einwohner anderer deutscher Dörfer abgrenzte. Außerdem brachte die neue Identität auch eine neue Aufnahme der Preise bei den Einwohnern anderer Dörfer. So sagten die Einwohner von Reich zu Brot sagten die Brot, und im sieben Kilometer weiter liegenden Barenburg sagte man Brot für das Brot. Diese zwei Zähne waren also und da es sind viele rothaarige gemünscht waren, wurden sie gepreiser rote gepreiser roten rothaarige genannt. Züblich lexikalische Entlehnungen aus der Kontaktsprache ist anzumerken, dass laut Georg Dinges bis 1867 etwa 800 lexikalische Einheiten in die deutsche Sprache der deutschen Javanischen entlehnt wurden. Gleichzeitig macht Georg Dinges den Vorbehalt des Gemeinsam diese Lehnwörter nur den Beamten bekannt war und nicht in das massenliche Bauern eingehen. In der bäuerlichen Umgebung war es nicht leicht, dass ein Wunder solcher Lehnwörter zu finden. Der Einfluss der Sprache der Umgebung auf die Sprache der deutschen Kolonisten gab in einigen Bereichen ziemlich stark. Dies gilt insbesondere für die Kleidung des Kolonisten. Aus einem Gebiet mit mildem Klima stammend übernahmen die Deutschen in den ersten Jahren Elemente von warmer Winterkleidung und Kleidung von den Russen. So wurden die Wörter Zuluk Klappen Fellmantel Gekesht Naftan Karpus entlebt und ein ähnliches ist auch beim Kochen entstanden im Bereich der landwirtschaftlichen Produkte. Eines der ersten Wörter die sich die Kolonisten entlebten war das Wort aus das die Wassermelone bezeichnet Karpus. Daraus hat man andere thematisch zusammenhängende Wörter gebildet. Hier sehen Sie das auf die Karte die Varianten sie die Kolonisten für den Arbuss erfunden haben. In der ersten ziemlich homogenen Gruppe wird als Grundlich Sim Kolonist angegeben. In der zweiten Gruppe ist das Grundwort Saat. In der dritten ist es das Wort Moos. In der vierten Gruppe ist es Latverge und in der fünften Xel oder Xel Das hier ist auf der Karte der Volga Deutsch Sprach das Vermehr. Die zweite Periode der Sprachgeschichte der Deutschen in Russland beginnt mit den Reformen des russischen KSB Alexander II. Nämlich 1871 in der Geschichte der deutschen Sprache in Russland zu einer bemerkenswerte Fazette wurde und endet mit der Oktoberrevolution. Das Wesen dieser Reformen kann Kurs als Russifizierung der nicht Russischen Völker Russlands bezeichnen. Die Bindungsrechtsform und die einzig russische Sprache als Wichterrechts Sprache sollten die Integration der deutschen Kourvanisten in die russische Gesellschaft erweitern. Alle Privilegien die Katharina des Russes besprochen hatte einschließlich der Befreiung Kompromissierdienst wurden besprochen. Die Formen machten die russische Kräfte in die Kräfte und betrachten in dieser Kirche die deutschen Kourvanisten. Die wichtigste Rolle im Kriegsel der Deutschen in Russland fielte das Dekret Alexander II. vom 4. Juni 1871 dass alle Privilege der Kommunist verschaften die sie seit Katharina II. hat. Zunächst wurden der Kolonistenstatus und die Strukturverwaltung der Kolonisten aufgehoben. Die deuten Bauern wurden unter angemein russischer Verwaltung gestellt und erhielten den Status von Bauern für die Menschen was sie lernen so schenigen. Genau wie die russischen die Bauern nach ihrer Befreiung von der Leibweidenschaft. Deutsche Dörfer, Bezirke und Wollast wurden den Landesbehörden der Kreise Verbindungen und Regionen auf deren Tektoren sie sich befanden direkt unterstellt und 1876 wurde russisch als Es folgt also der Russifizierung der Gerichte und allen Bürotätigkeiten helfen. Die Deutschen mussten sich verpflichten in die Kolonien Schule zum Unterrichten der britischen Sprache zu unterhalten. Darüber hinaus wurden Kolonisten unter härterer geschaffensbedingten gestrichen. So konnte ihnen das Land entzogen werden, da sie nicht gebauten und nicht für die geschaftliche und gestürmt nötigen. Alle diese Reformen sollten die Integration der deutschen Bau in die russische Gesellschaft erleiden. Zur Entwicklung und Erhaltung der deutschen Sprache und der deutschen Identität spielten diese Maßnahmen jedoch eine negative Rolle. Im Zusammenhang mit dem Übergang zur russischen Sprache in den Schulen und der Einführung der russischen Amtssprache verlor die deutsche Sprache zwei wichtige Domänen für ihre Entwicklung. Allen für die Herausforderung und Entwicklung der funktionalen Stile. Mit dem Übergang der deutschen Kolonisten in die Krategorie der Bauern hörten sie rechtlich auf von der Leitseigenschaft befreit und europäischen Bauern zu unterscheiden. Damit gehört ein wichtiger Bereich der Sprache wie die Geschlechtsdommunikation auf die gesprochene Sprache zu nähren. Im Zusammenhang mit den Einberufen der deutschen Männer zum WIR und der Teilnahme an den Rutschern rangen neue Entlehnungen in das Lexikon der Soldaten ein. Soldaten stellten Empfindnisse der rutschischen Sprache bei der Heimkir zur Schau und prasen damit die Sprache wie die deutschen physischen genannten sprechen zu prägen. Damit wirkten sich die Formen auf feierlei Weise auf die Sprache der deutschen Kolonistik aus. Einerseits schlossen sich die Menschen der angemeinen Zivilgesellschaft an, sie waren gezwungen die Resolation zu verbinden in dieser Zeit, als Anachronism entzünden wurde. Auf der anderen Seite hat die Sprache einige Bereiche eingebüßt, die für ihre Erhaltung und Entwicklung von entscheidenden Bedeutung sind. Die erste Konsequenz dieses Integrations Begrüßes war die Zunahme der Entlehnung aus der Umgebung Sprache. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Formen von Alexander Verwaltung dem Zuge der Modernisierung des Zaren Reiches auch die russlanddeutschen Kolonisten und die russische Gewalt und die staatliche Verwaltung getrieben sollten, erwirken also die Ausbildung einer funktionalen Krieg-Leist-Zivität, bei der das russische zur Sprache der Verwaltung in das öffentliche Leben wurde. Der dritte Abschnitt in der Geschichte der deutschen Sprache in Russland fällt in den Zentrum der Existenz der Autonomien Republik der Volga-Deutschen von 1918 bis 1941 also vor der Rebundation der deutschen Industrie Gebiete und nach Kasachstan. Diese Periode wird als die günstigste für die Entwicklung der deutschen Sprache bezeichnet. Nach Deutsch zu dieser Zeit neben Russisch und Masachisch die Sprache einer Staatssprache hatte. Im ersten Jahr Zwiebel des Verstehens der Republik proklamiert die Partei einen Buch auf Orin Nies Zwiebel das heißt zur Ausbildung der nationalen Intelligenz und der nationalen Verwaltungskader. In der Republik wird ein vollständiges harmonisches Bildungssystem in der Muttersprache aufgebaut. Das aus Kinder, Erd und Schulen, Fachschulen und Echtel sein. Die führende Bildungseinheit war das Pädagogische Institut, welches Lehrer für den Unterricht an staatlichen Schulen ausbildete. Am Ende dieser Periode bildete sich im Allgemeinen die literarische Literatursprache heraus. Er blieb jedoch noch nicht die nationalen Kommunikationsprache gebrochen war. Zusammenfassend lässt sich die Sprachentwicklung in seltener Weise verteilen. Der sprachliche Ausgleich während der ersten Hinsatz Märchen hatte aus der extremen Vielfalt von Dialekten weitgehend einheitliche dörfliche Varietäten entgegen. Jedoch nicht zur Herausbindung eines einheitlichen Russlanddeutsch vor der russpräumiger Übergangssprache zu führen. Und nun kommt die vierte Periode der russlanddeutschen Sprachgeschichte. Sie beginnt mit dem Kriegsausbruch und der Deportation der deutschen Bevölkerung aus der Republik der Volga Deutschen in die österreichische Region im Deutschland. Ihre Deportation unterbrach den natürlichen Prozess der Entwicklung der Volga Variante der deutschen Sprache. Die Deportierten Deutschen wurden auf großen Territorien gesteut angesiedelt. Ihre Muttersprache wurde als fascistische Sprache abgestempelt und begann allen nicht aus dem Gebrauch zu schwingen. Gegenwärtig können wir also über die nächste vierte Periode in der Geschichte der deutschen Sprache in Russland sprechen. Dies ist die Periode des Übergangs der Russlanddeutschen zur Freisprachlichkeit und in einigen Fällen zur Freisprachlichkeit und der Verlust ihrer Muttersprache verzeiht der Kriterien zum russischen Monolingualismus. Was die russlanddeutschen Varietäten angewiesen, die noch heute gesprochen werden, so weisen sich zahlreiche Traismen auf, die im geschlossenen Volk in Achtedieb nur noch selten anzutreffen sind. Werte geschlägt Krieger das Luftschiff Flugzeug Nordisch Damm oder die Sitte des Viertens anstatt Sitzens oder Tischen von älteren Personen. Aufbällig in der Sprechweite lösen wird generell die häufige Verwendung von russischen Partikeln Gesprächssteuerung und Gliederung der Hörer Einbeziehung dem Ausdruck der Spreche Einschätzung oder der Interpretation einer Gesprächssituation dienen. Zum Beispiel hier wird der Schöne anschauen. Noch kann es nicht so klar so es wird. Solche und ähnliche Wände sind heute typisch für die Redensweise Russland-Deutsch Gesprächsstaat. Auf diese Ausdrucksmittel die für die Kommunikation unentfährlich sind können selbst diejenigen die noch über das lütig Deutsch beherrschen heute kaum Vakazin. Der Gebrauch fällt die Spreche optisch einmal mehr auf. Laut dieser Rosenberg steht der Gebrauch zwischen Mitteln bereits an der Grenze zu einem Phänomen das noch verwirrend dem russischen Kraft Einfluss verteilt. Das sogenannte Podes für die Einschaltung ganzer russischer Passagen der beständigen Wächsten zwischen Hälften und russischen Rutschungen die mit unter dem Charakter einer Mischsprache annehmen. Es kann noch eindeutiger Deutsch oder russisch beherrschen sondern Deutsch ist und eine immer stärkere Behandlung des russischen Zeils. Und abschließend kommt der nächste Kapitel meines Vortrags Sprach Sprach Identität der Russlanddeutschen Also jede sprachliche Gemeinschaft lässt sich nach vorherrschenden sprachlichen Identitäten Entschuldigen jetzt kommt noch ein bisschen ein das ist also jetzt wie heute eigentlich so das russlanddeutsch aussieht hat das 1881 in den heimatlichen Walden das Gedicht veröffentlicht schauen Sie auch deutsch heißt das Gedicht Als ich neulich in Kalitka einen Buch der Russlichkeit schaue, zwar in Kuhm noch von der Slusch war, kam es mir zu sagen, aber liegelei, kam die Gries aus der Alaska mit einem Funkelnei-Koft. Das ist eine wichtige Frage, die habe ich verklassifiziert, aufgrund der Analyse von verschiedenen sprachlichen Quellen, sowie eine Befragung, die ich Anfang der 90er Jahre mit Vertretern der Russlanddeutschen durchgeführt habe, die in der Perestroika-Zeit ins Gebiet Saratev aus den Verbannungsorten zurückgekehrt waren. Und da ist die Rede zunächst vor dem, also dass die Bildung verschiedener sprachlicher Persönlichkeitstypen der Volga-Deutschen durch die vollständig aufgebaute kulturelle Infrastruktur der Volga-Deutschen durch die autonomen Republik gewährleistet wurden. Also die zahlreichste Sprachgruppe war die Landbevölkerung, die ihren Heimatdialekt als Hauptkommunikationsmittel nutzte. Darüber hinaus waren die Vertreter dieser Gruppe durch verschiedene religiöse Texte und den Schulbesuch mit der literarischen deutschen Sprache vertraut. Literarischen, nicht mit der Standardsprache. Somit war die Umgangssprache dieser Gruppe durch intralinguale Deglossie gegenzeichnet. Einen neuen Typus der sprachlichen Persönlichkeit der Volga-Deutschen präsentiert die junge Generation der Volga-Deutschen, die ihren Schulabschluss auf Deutsch machte und mit zwei Registern der deutschen Sprache vertraut war. Dem literarischen Deutsch und ihrem Heimatdialekt. Die nächste dritte Gruppe ist die junge Intelligenz, also die Intellektuellen der Volga-Deutschen, die entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Volga-Deutschen Sprachvariante hatte und zur Bildung einer einheitlichen Kommunikationssprache der Volga-Deutschen beitragen könnten. Denn gerade sie bestimmten das sprachliche und kulturelle Leben der Volga-Deutschen. Und den vierten Typus der Sprachpersönlichkeit der sprachlichen Identität bildeten die alten Intellektuellen, vor allem also Pastoren, Gelehrte, Gymnasialehrer, Schriftsteller, die in gleichem Maße gegenwärtiges Standarddeutsch sowie ihren Heimatdialekt und Russisch beherrschten. Ja, und ja, eigentlich ein kurzer Ausblick noch, aber wenn es die Zeit nicht so knapp ist, wenn die Zeit knapp ist, dann kann ich das auch verpflichten. Ja, also ich denke, vielen, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich denke, wir würden dann direkt in die Diskussion übergehen. Gibt es denn Fragen zum Vortrag von Herrn Dr. Minor? Bitte. Ich sehe jetzt noch keine Meldungen, auch anscheinend im Chat nicht. Dann würde ich die erste Frage an Sie stellen. Sie hatten gesagt, dass es während der Zeit der Politik der Koordinisatia zu, also nicht zu einer Ausbildung eines einheitlichen Russlanddeutsch gekommen wäre, sondern dass das weiterhin eher verschiedene Sprachgemeinschaften dann war mit unterschiedlichen Merkmalen. Was mich interessieren würde, ist, ob es in der Zeit damals, also vielleicht in den 1920er Jahren, Kontakte zum Herkunftsland gegeben hat. Also hat man sich am Deutschen in Deutschland damals orientiert, hat man versucht, Kontakte da herzustellen, Publikationen zu bekommen aus dem Herkunftsland, um dann eben entsprechend diese Bildungsoffensive, die ja die Bolschewiki vorangetrieben hatten oder die Sowjetregierung damals, umzusetzen. Ja, ist klar. Also die Kontakte zum Herkunftsland, also zu Deutschland, also existierten eigentlich, die waren nicht so rege. Im 19. Jahrhundert etwas aktiver verhandelte man, also besuchte man Deutschland in den 20er Jahren bis zur Zeit, wo Hitler an die Macht gekommen ist. Aber schon kurz vor seinem Machtantritt, hatte man die deutschen Gelehrten, also die Wissenschaftler, wie Georg Dinges zum Beispiel, verhaftet und verbannt. Und der ist also dort in Sibirien, in Kalbashowa, gestorben. Was also die Möglichkeit angeht, eine allgemeingültige russlanddeutsche Sprache, eine russlanddeutsche Variante der deutschen Sprache zu fixieren, dass dieser Prozess wurde gewaltig, also unterbrochen einfach, nach dem Ausbruch des Krieges hat man die Deutschen deportiert, die Wolkadeutschen. Und somit haben sich also diese Prozesse der Herausbildung einer allgemeingültigen und allgemein verständlichen und allgemein gebrauchten Verkehrssprache, haben sich also diese Prozesse eingestellt. Und wer weiß also, wie es weitergehen könnte, wenn die Republik und die Deutschen dort in der Wolke geblieben wären. Diejenigen Intellektuellen, die Kontakte zu Deutschland hatten, die hat man so einfach als deutsche Spione abgestempelt und mehrmals verhaftet und verschickt und so weiter. Aber sicher haben die, als man das Pädagogische Institut gründete, da hat man so seine Bibliothek mit vielen Büchern aus Deutschland gefüllt. Und das war also eine Zusammenarbeit. Die 20er Jahre bis zum Machtantritt von Hitler waren günstig für die Kontakte der Wolkerepublik mit Deutschland. Okay, ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Dr. Eisfeld? Entschuldigung, ich habe keine Frage. Ich habe eine Frage. Nach dem Machtantritt von Hitler nach dem Machtantritt von Hitler die Wolkerepublik der Russlanddeutschen. Nach dem Machtantritt von Hitler. Ich wiederhole. Nach dem Machtantritt von Hitler und seiner NSDAP kamen auch in die Wolkerepublik nicht wenige deutsche Antifaschisten, Schriftsteller, Schauspieler, Journalisten. Es gibt aber auch Untersuchungen darüber, wie spannungsgeladen dieses Verhältnis zwischen den Reichsdeutschen, Antifaschisten und den Wolkerepubliken war. Sprachlich halten sie für die Reichsdeutschen als minderwertig. Und das heißt, dass die Beziehungen, wenn ich Publikationen glauben kann, wie in seiner Zeit von der Akademie der schönen Künste in der DDR, hergestellt wurden, hat eben nicht dazu beigetragen, dass die Wolkerepubliken Impulse für ihre Sprachentwicklung bekommen hätten. Und ja, danke für die Ergänzung. Das war eine sehr richtige Ergänzung. Also in jedem Fall nichts Positives. Besonders das Deutsche Theater in Engels, also mit Friedrich Wolff, ja. Erich Weinhardt. Aber die waren nicht so lange. Die sind dann nach Moskau gegangen und gut, aber schon immer schon. Vielen Dank für den Kommentar. Frau Martens hatte auch noch eine Frage. Guten Tag, Herr Professor Minor. Guten Tag. Das erste, ich habe jetzt die Bedeutung des Wortes Latverge gelernt. Ich habe immer das Gedicht von Viktor Klein gelesen und habe nicht verstanden, was das bedeutet, diese Latverge. Jetzt kenne ich das Wort. Aber meine Frage geht weiter. Das ist Pavidla. Pavidla. Genau. Haben wir schon mit dem Edwin gesagt. Das ist doch unsere Pavidla. Ja, Pavidla. Ja, bei uns hat man auch Latverge nicht gebraucht, also in unserer Mundart. Ja, aber meine Frage ist eine andere. In einigen deutschen Dörfern hat man also Latverge gesagt. Latverge. Aber meine Frage ist eine andere. Also laut letzter Studie von Frau Professor Smirnova, die macht ja jedes zehnte Jahr so eine ethno-kulturelle, soziologische Umfrage in einem zehnjährigen Abschnitt. Und da gibt es, und die Fragen wiederholen sich. Und bis zum letzten Mal, zu der Frage, was ist das wichtigste Identitätsmerkmal der Russlanddeutschen in Russland, war immer Platz Nummer eins das tragische Schicksal, sagen wir so, der Russlanddeutschen. Das historische Schicksal, das historische Schicksal, das historische Südbe, sagt man auf Russland. Und jetzt bei der letzten Umfrage, prozentual ist die Rolle der deutschen Sprache gestiegen. Also die deutsche Sprache ist höher gerückt auf Platz zwei, glaube ich. Und das heißt, dass man jetzt als wichtigste, eines der wichtigsten Äthner Identitätsmerkmale die Sprache ankreuzt bei der Umfrage. Für mich ist das ein Paradox, weil ich weiß, dass in Russland die deutsche Sprache abgeschafft wird. Also die gibt es kaum in den Schulen und kaum an den Hochschulen. Und Sie sind im Gebiet Saratow an der Uni tätig. Meine Frage ist einfach, wie viele Studenten studieren zurzeit noch die deutsche Sprache an Ihrer Uni? An unserer Uni? Ja, ganz wenig. Nicht so viel wie früher. Früher hatten wir viermal zwölf Studenten, das heißt fast 50. Darunter eine Gruppe, die deutsche Muttersprache studierte. Das war Lehrer für Grundschule und Lehrer für Deutsch und Literatur. Und dann hatten wir noch einen Billig-Wallen-Kurs, das heißt Lehrer für Grundschule und Deutsch. Das tut mir sehr leid, dass diese zwei Fachkombinationen nicht durchgehalten haben, wegen des Drucks eigentlich aus dem Ministerium und aus anderen Behörden. Aber das waren die Abgänger, die Absolventen dieser Fachrichtungen, die haben sich sehr gut in der Gesellschaft eingefunden, haben also gute Arbeitsstellen gefunden, in Moskau sogar, in Petersburg. Jetzt haben wir zwölf Studenten je Kurs, also vier Jahre, 48 Studenten, die Deutsch studieren, das heißt Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Fachsprache an anderen Fakultäten. Diese Zahl ist auch stark zurückgegangen, wir haben wenige, wenige Studenten, denn die meisten lernen Englisch. Und dieses Jahr wollen wir die zweite Gruppe etablieren, das heißt die Zahl der Abiturienten hat man uns versprochen auf 20 zu erhöhen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, sehr viele Studenten zu finden, dann werden wir auch im nächsten Jahr sehr viele aufnehmen. Das heißt, dann wird ein bisschen ansteigen, die Zahl der Studenten. Denn im Gebiet Saratab in den 90er Jahren, da hatten wir so 52 Prozent Schüler, die Deutsch gelernt haben in den Schulen und etwa 30 Prozent Englisch und 20 Prozent Französisch. Heute haben wir 90 Prozent Englisch. Das ist also so objektiv wahrscheinlich. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich würde dann jetzt direkt weitergehen zum nächsten Vortrag und Ihnen nochmal, können wir die Frage vielleicht auch später verschieben? Oder Sie schreiben sie im Chat und tauschen sich im Chat aus? Ja, okay, danke. Dann würden wir jetzt weitergehen zum nächsten Vortrag von Professor Dr. Arkady Germann. Er wird uns einen Vortrag mit dem Thema der historische Weg der nationalen Bewegung der Russlanddeutschen seit dem Krieg halten. Professor Dr. Germann ist Professor an der Staatlichen Universität Saratov in Russland, am Institut für Geschichte und internationale Beziehungen, am Lehrstuhl für Vaterländische Geschichte und Geschichtsschreibung. Er hat sich sowohl in seiner Promotion als auch in seiner Habilitation mit dem unteren Volga-Gebiet beschäftigt, unter anderem eben auch mit der Autonomie der Deutschen in der Volga-Region zwischen 1918 und 1941. Und ja, Herr Professor Germann, ich würde Ihnen jetzt das Wort übergeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, können Sie mich hören? Ja, wir können Sie sehr gut hören. Hey, do 1941 года, подавляющее большинство Russlanddeutschen, also die waren es über 1,4 Millionen Menschen, also die lebten alle im europäischen Teil Russlands. Es gab also Kompaktsiedlungen, also es gab also Kompaktsiedlungen an der Volga, im Schwarzmeer-Gebiet, also bei Leningrad, also Sie wissen, also es gab sogar eine Staatlichkeit, also die Republik der Volga-Deutschen. Also der Krieg, die Deportation, also die Arbeitsarmee, also haben die Russlanddeutschen auf dem Territorium des Landes zerstreut. Und das hat also die natürliche Entwicklung der Russlanddeutschen unterbrochen. Also die Prozesse der natürlichen Entwicklung wurden unterbrochen, also die religiösen, also die sozialen, die religiösen Prozesse, die wurden unterbrochen. Also es sind also zwei Prozesse entstanden, also die in verschiedene Richtungen gegangen sind. Von einer Seite, also aufgrund der Mischung aller Gruppen der Deutschen entstand der Prozess, also der Bildung der Deutschen als ein einheitliches Volk. Von anderer Seite, also die Zerstörung der Deutschen auf dem großen Direktorium, die Diskriminierung, also keine Möglichkeit für die Befügung nationaler Bedürfnisse, hat die Deutschen gezwungen, sich an den neuen Bedingungen anzupassen. Also vor dem Krieg, also haben 90 Prozent der Deutschen auf dem Lande gelebt, also normalerweise in Deutschland. Dann war das nach dem Krieg total anders. Also fast die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung hat angefangen, in der Industrie zu arbeiten, im Transportbereich, also im Bauwesen. Also sie sind also bewunderte Städte geworden, also Arbeitssiedlungen. Also sie verstehen natürlich, dass in diesen Orten, also die Assimilationsprozesse waren sehr intensiv. Ein interessantes Beispiel hat also zu seiner Zeit Edwin Grieb erzählt. Also eine bekannter, also bekannter Person, also in der russischen Community. Also nach dem Kriegsende gab es also viele Fakten, also dass die jungen deutschen Mädchen und Männer, also für andere Nationalitäten geheiratet haben. Also das war das Leben, also sie mussten sich anpassen. Und man konnte nichts dafür. Also ein Anstoß, also ein Impuls, also für die Entstehung der Bewegung, der nationalen Bewegung der Russlanddeutschen, also war das Jahr 1953. Also das war also die Distanzierung der Sowjetregierung von der serienistischen Politik, also die Regelung, also die Verbesserung der Beziehung zwischen UDSSL und der Bundesrepublik. Also das hatte eine Auswirkung auf das Leben der Russlanddeutschen. Also die erste Etappe war also die Briefenetappe. Die zentralen Parteien und Staatsorgane der Sowjetunion bekamen viele Briefen und den russlanddeutschen Sondersiedler. Die Leute haben also versucht, die Maschertum zu überzeugen, dass sie loyal sind. Also die haben gebeten, also die diskriminierenden Beschränkungen aufzuheben. Es wurde schon gesagt, dass 1953 2,7 Millionen Menschen waren also in den Sondersiedlungen. Also es war über eine Million davon waren russlanddeutsche. Also 44,5 Prozent. Also das war die größte Gruppe der Sondersiedler. Seit 1954, also hat die sowjetische Regierung den Kurs eingeladen, also die Sondersiedlungen aufzuheben, generell. Nicht nur auf Bezug auf die Deutschen. Die Sondersiedlung wurde aufgehoben. Also die Staatsführung hat abgesehen davon, also die diskriminierenden Masseinschränkungen erhalten. Also es wurde gesagt, dass sie das Vermögen nicht zurückbekommen können. Sie haben kein Recht, also in die ehemaligen Wohnorte zurückzukehren. Also so eine Formulierung erlaubte, auch nach der Aufhebung der Sondersiedlung, also die Leute dort aufzuhalten, wo es schlimme klimatische Bedingungen waren. Alle Rechte der Russlanddeutschen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse, also kulturelle, sprachliche Bedürfnisse, die waren nicht befriedigt. Also und man muss bemerken, dass gerade in dieser Zeit, also das ist nach der Aufhebung der Sondersiedlung, also kamen aus der Reihe der Russlanddeutschen Leute, die ihre Forderungen artikuliert haben. Zunächst waren das die Repetrianten. Also sie haben das erreicht, sie durften dann nach Deutschland zurückkehren. Also das war der Anfang der Migrationsprozesse bei den Russlanddeutschen und Jahr zu Jahr kamen immer mehr Russlanddeutsche aus anderen Kategorien in diese Bewegung. Und dann also waren die Migrationsprozesse eine Forderung des Kampfes der Russlanddeutschen für die Erhaltung ihrer Traditionen, Sprache und Kultur. Zunächst also in der Sowjetunion und dann in Russland. Anfang der 60er Jahre waren die Migrationsprozesse also ein Problem für die Sowjetregierung. Also man hat verstanden, dass es also nur mangelhafte Maßnahmen, also für die Russlanddeutschen realisiert werden. Also der Anfang, also der zweiten Etappe der gesellschaftlichen Bewegung der Russlanddeutschen, ich würde sie als Etappe der Delikationen bezeichnen. Der Anschluss war also die Verordnung des Präsidiums des Obersten Sowjetuntersetzes 1964 über die Änderungen im Erdacht des Präsidiums des Obersten Sowjetuntersetzes vom 28. August 1941 über die Umsiedlung der Deutschen, die in Wolkow-Gebieten leben. Also der Erlass, also hat also die zwei Punkte, also die Beschuldigungen gegen die Russlanddeutschen beziehungsweise Volksverrat aufgehoben. Also das war also eine Art Rehabilitierung der Russlanddeutschen. Der Erlass sollte demonstrieren, das wurde heute davon bereits gesagt, also Herr Hasen hat davon gesagt, also dass die Machtstrukturen anerkannt sagen, also das heißt also, die Russlanddeutschen ungerecht behandelt wurden. Und die Regierung hat diesen Erlass herausgegeben und dachte, dass damit das Problem gelöst ist. Aber ähnliche Erlasse, auch aus 1955, war ein Zeichen dafür, dass die Sowjetregierung nicht alles, also in Bezug auf die Deutschen, ändern wollte. Also durch den Erlass, also vom 29. August 1964 bildete also eine Art Widerspruch. Also zeigte eine widersprüchliche Politik der Rehabilitierung gegenüber der Deutschen. Und das bildete wieder mal, also bei den Deutschen, bei einem Teil der Deutschen Hoffnung, dass die Wiederherstellung der Deutschen Volkerepublik möglich ist, auf dem legalen Wege. Also der Erlass, also hat einen Impuls, also für die Entstehung, also der Nationalbewegung gegeben. Davon wurde viel geschrieben, also ich werde das nicht wiederholen. Wie bekannt, also im Januar 65 waren zwei Delegationen in Moskau, haben sich also mit Mikoyan getroffen, also auf die Bitte, die Volkerepublik wiederherzustellen. Also gab also eine, kam eine negative Antwort. Also es wurde gesagt, also das wird zu teuer, also das braucht also viele Ressourcen. Also der Versuch, eine dritte Delegation nach Moskau zu schicken, 1966, also diese Delegationen haben die Machtorgane nicht zugelassen. Vielleicht war es so, dass die gesellschaftliche Bewegung der Russland-Deutschen auch was erreichen könnte, wenn sie etwas ein Jahr früher entstanden wäre. Aber der Erlass von 1964 kam also anderthalb Monate vor dem, bevor also der Khrushchev entlassen wurde. Und der Kurs, politischer Kurs von Brezhnev, war wieder auf Neostalinismus gezählt, also man hat aufgehört, den Stalin zu kritisieren und das führte zu einer Enttäuschung bei einem Teil der sowjetischen Gesellschaft, dass eine Demokratisierung möglich ist. Also diese zweite Etappe war wie eine Beleuchtung so bei den Deutschen. Das Hautergebnis war, dass die Deutschen es geschafft haben, der Sowjetregierung ihre Probleme zu zeigen. Das ist kein Zufall, dass nach 15 Jahren erfolgreiche Versuche die sozialistischen Methoden, also der Erziehung der Sowjetdeutschen, ausprobiert. Also man hat die Sowjetregierung wieder sich Gedanken gemacht, wie sich die Deutsche Wolferepublik wiederherstellen lässt. Also weil die Migrationsprozesse in den 70er, 80er Jahren also ziemlich zugenommen haben, in den 70er, 80er Jahren war die Wiederherstellung der deutschen Autonomie noch möglich. Aber der Versuch, in Kasachstan die wiederherzustellen, führte zu einem Skandal. Es gab auch weitere Projekte, aber die sind nur auf Papier geschrieben. Aber der Andropov hat also dieses Experiment wieder mal unterbrochen. Die nächste Etappe in dem gesellschaftlichen Leben der Urlanddeutschen 1966 bis 87 kann man als Dissidenten-Etappe nennen. Das Wesentliche war also die Ausreise aus der UDCC. Die Sowjetdeutschen, wenn sie auswanderten, also und sie fahren also nicht in die DDR, sondern in die Bundesrepublik, damit zeigen sie, wie sie zu der Sowjetmacht stehen. Also und darauf musste die Sowjetmacht reagieren. Also sie müssen sich was einfallen lassen, damit die Deutschen nicht auswandern. 1972 hat man also formal den Verbot aufgehoben über die Rückkehr, also in die ehemaligen Wohnorte. Herr Dr. Eisfeld hat gesagt, dass dieser Erlass später realisiert wurde. Aber unterschrieben wurde ja 1972. Also formal hat man diesen Verbot, der Rückkehrverbot aufgehoben. Man hat die Mungen geschafft, dass fähige Leute von den Russlanddeutschen führende Positionen besitzen, also in der Landwirtschaft, in Parteiorganen, im Konsumon, also auf allen Stufen des Systems, auf allen Ebenen. Also 1961 sind 4600 Sowjetdeutsche Abgeordnete geworden. 1837 war ein Abgeordneter des Ordens der Sowjetunion ein Russlanddeutscher. In diesen Jahren sind viele Vertreter der deutschen Nationalität also in die Wissenschaft gekommen, also in die Industrie. Also man hat also ganze Schulen gebildet, also wo die Russlanddeutschen eine wichtige Rolle geschrieben haben. In Almaty, in Nubeswies, Oms, Toms, Zwerdorf und so weiter. Gerade in dieser Zeitperiode sind Leute heiß geworden, die schon bald, also mit Anfang der Perestroika, die politische Elite der Russlanddeutschen gebildet haben. Also weiter übergehe ich also zu dem vierten Etappe der Nationalbewegung der Russlanddeutschen, also in der Zeit der Perestroika begonnen hat diese Etappe 1988, also alle Leute, die an der Spitze waren, das waren Leute, die wie in der Zeit von Khrushchev und Brezhnev groß geworden sind. Also diese Leute, die schon in dieser Zeit aufgewachsen sind, die waren gezwungen, also die negativen Eigenschaften, also dieses politischen Systems in sich aufzunehmen. Sie konnten nicht dazu mentale Eigenschaften bei den Leuten bilden. Also ein Impuls zu diesen Aktivitäten bei den Russlanddeutschen war das 70-jährige Jubiläum, der entstehende also der Kommune an der Wolke am 19. Oktober 1988. Die ersten Schritte der Führung der Nationalbewegung genauso wie 1965 war, das wurde schon heute gesagt, war die Bildung einer Delegation für das Treffen im CK-KPDSU und den obersten Sowjetan Universitäten Man hat also sich mehr oder wenige geeignet und 1989 wurde die Gesellschaft Wiedergeburt gegründet. Im ersten Jahr 1989 bis Frühling 1990 war die Wiedergeburt einheitlich. Man hoffte auf die schnelle Wiederherstellung der Republik der Autonomie an der Wolke viele der Leiter der Deutschlandbewegung Hau und so weiter sind populär unter den Russlanddeutschen geworden, weil sie stellten direkte Fragen vor der Öffentlichkeit vor der Rebellitierung der Russlanddeutschen und so weiter. Aber bereits bei der zweiten Konferenz der Wiedergeburt 1990 entstand ein Konflikt der immer der sich immer verschäfft der immer Schäffter wurde. Einige Handlungen der Führung der Deutschlandbewegung waren schlecht durchdacht und manchmal auch schädlich. Ich war ein Zeuge, selbst ein Zeuge dafür, wie aus Kasachstan, aus Sibirien. Einige Leiter der Russlanddeutschen Bewegung kamen und haben in Engels, in Saratov und in anderen Orten und sagten, sobald wir an die Macht kommen, dann klären wir alles, dann zeigen wir den Einheimischen, wie man handeln muss, wie man verwalten muss und so weiter. Das waren dumme Handlungen, die nicht geholfen haben, haben eher eine negative Auswirkung. Die Verzögerung mit der Lösung der deutschen Frage hat in der deutschen Bewegung die Konflikte verschärft. das wurde heute schon gesagt, man hat den ersten Konflikte durchgeführt, da kam es zur Zerspaltung, also die Führung der Wiedergeburt mit Herrn Groth an der Spitze, er hat also Eigenschaften wie die Sowjetelite in den späten Zeiten. Er war nicht bereit, Kompromisse einzugehen, also das Wort Kompromiss war total fremd für diese Leute. Also die haben das Wort nicht benutzt, also innerhalb ihrer Organisation. Das hat also die Zersplittung noch schlimmer gemacht. Also man hat also andere Organisationen der Deutschland gegründet. Das alles ist Ihnen, sehr geehrte Kollegen, sehr gut bekannt. Am 15. Mai 1991 entstand also der Verband der Deutschen der UDCC mit Falkun Bundesbecher an der Spitze. Also dann eine Gruppe mit Kurt Wittmeyer, baltische Liga, auch eine Organisation, die wollten die Republik in Kaliningrad herstellen. Also die zwei Konkresse der Sowjetdeutschen Oktober 91, März 92, also hat die zwei Gruppen, also verschiedene Gruppen nicht mehr zusammengebracht, sondern sie noch fern voneinander gemacht. Also Ende der vierten Etappe kann man den Zerfall der Sowjetunion betrachtet und die Erklärung von Präsidenten Jelsen, der am 8. Januar 92 die Wiederherstellung der Wohlweser Republik tatsächlich abgelehnt. Die vierte Etappe der gesellschaftlichen Bewegung der Wohlstand Deutschland im Unterschied von vorherigen Etappen und den Nachfolgenden war also die maßenhaftesten. Es war also eine Aktivierung der ganzen Befürchtung. Man kehrte zurück zu eigenen Wurzeln. Es wurden viele kulturelle Projekte realisiert. Man kam wieder zurück zu den Traditionen. Die Deutschen selber waren froh, waren teilweise schockiert, dass sie wieder zusammenkommen durften, ihre Probleme diskutieren, ihre Feiertage feiern. Religiöse Gemeinden sind wieder entstanden. Gerade in diesem Moment besteht ein Netz der Begegnungsstätten der Deutschen im ganzen Land. Gerade am 28 Juni 1991 wurde der Internationale Verband der Deutschen Kultur gegründet mit Herrn Heinrich Markus an der Spitze. Diese Organisation deklariert seinen unpolitischen Charakter und spricht davon, dass er mit der Wiederherstellung der Tradition und Kultur der Deutschen beschäftigen wird. Warum die vierte Etappe misslungen ist? Ich würde sagen, dass erstens mit der gemeinsamen Krise des Sowjetsystems begründen. Die Widersprüche haben sich verschärfert. Das Zivilleben war auch betroffen. Die Sowjetführung hat sich kaum damit beschäftigt. Die Sowjetführung war weit entfernt von den Problemen der Russlanddeutschen. In diesen und weiteren Konflikten und Zerspaltungen der politischen Elite war ganz deutlich, dass die Elite der Russlanddeutschen zur Sowjetzeit aufgewachsen war. Die konnten aufeinander nicht hören. Die waren nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Das war ein großes Problem für die ganze Bewegung. Ein Fehler war, dass man sich nur ein Ziel vorgenommen hat. Die Wiederherstellung der Deutschen Autonomen Republik. Darauf hat man das ganze Volk eingestellt. Deswegen ist es kein Wunder, dass man verloren hat. Deswegen meine ich, dass der Aufruf von Heinrich Grof alle nach Deutschland auszuwandeln war provokativ. Also es begann die Massenauswanderung der Russlanddeutschen nach Deutschland. Die nächste Etappe der nationalen Bewegung der Russlanddeutschen fällt auf 1992 96. Diese Etappe kann man als Umorientierung auf die Lösung der sozial wirtschaftlichen und national kulturellen Probleme der Russlanddeutschen. Der Zerfall der UNDCCR, die Entstellung von neuen unabhängigen Staaten trug dazu, dass verschiedene deutsche Vereine noch weiter voneinander geworden sind. Also geistlich waren diese Organisationen viel schwächer geworden im Laufe von 1992 und 1993 lassen die politischen Aktivitäten ziemlich nach. Die Organisationen mussten sich den neuen Bedingungen anfassen. Und nach der Veröffentlichung der neuen Verfassung der Russischen Föderationen bei der Einfühlung der neuen Prinzipien also bei dem neuen Aufbau des Russischen Staates und man kann sagen, dass die politische Erditte der Russlanddeutschen verbruft war und konnte keine neuen Möglichkeiten nicht finden. Also viele Leiter der deutschen Organisationen sind ausgewandert nach Deutschland und Initiative der Lösung des Problems der Russlanddeutschen wurde in die Hände der Russischen und der deutschen Führung übergeben. Und dadurch haben die Russlanddeutschen Organisationen angefangen finanzielle Mittel zu bekommen. Die Mittel, die von der Russischen und von der deutschen Seite zur Verfügung gestellt wurden, haben dazu beigetragen, dass die Gruppen der Organisationen der Russlanddeutschen sich verändert haben. 1996 wurde ein föderales Problem zur Förderung der Russlanddeutschen veröffentlicht. Es entstand eine Stiftung mit Herrn Becker an der Spitze. Auf diese Art ist diese Person dieser Bewegung der Russlanddeutschen geworden. Die russische und die deutsche Führung hat in dieser Situation eine pragmatische Auswahl gemacht. Es wurden soziale und wirtschaftliche nationalkulturelle Programme gefördert. Dadurch haben solche Organisationen wie Wiedergeburt, der Bund der Deutschen Russlanddeutschen aus Russland, haben also ihren Einfluss verloren und solche Organisationen wie der Russlanddeutschen Verband der Deutschen Kultur haben angefangen mehr Autorität zu genießen. Die Tätigkeit der Russlanddeutschen Organisationen also der Bulga 1993 haben sie eine Landsmannschaft der Bulga-Deutschen gegründet. Es war eine universelle Organisation, die sich als Ziel vorgenommen hat, die Probleme der Bulga-Deutschen zu lösen. Der Schwerpunkt war die Lösung von sozialwirtschaftlichen und sozialkulturellen Problemen der Russlanddeutschen. Also ein Teil der russischen und der deutschen Mittel kam also in die Region und die Leiter der Landsmannschaft waren berechtigt, an der Verteidigung dieser Mittel teilzunehmen. Und also die Leiter der gesellschaftlichen Organisationen also die durften also an der Entscheidung der Regierung teilnehmen. Anfang hat also der Peter Falk gelegt 1991 nach dem ersten Konferenz der Russlanddeutschen wurde ein Departement bei der Regierung gegründet also für die Volksgruppen, die ihre Staatlichkeit nicht haben. Also dann hat also im Ministerium für Nationalangelegenheiten da haben verschiedene Personen gearbeitet wie Schreiner Bauer Wagenburg und andere und das hat erlaubt manchen von ihnen Kontakte zu knüpfen in diesen Strukturen und dadurch hat man für eigene Organisationen Vorteile bekommen staatliche Gelder bekommen Finanzen und so weiter. Im Großen und Ganzen ist für diese Etappe also eine ja eine ja eine eine hohe also politischen Kampf charakteristisch dann also war es unruhiger war es 1997 der Grund dafür war also das Gesetz über national kulturelle Autonomie das hat also den russerndolischen Erland eine neue staatliche gesellschaftliche Struktur zu gründen mit Perspektiven auf die Finanzierung somit hat also die sechste Etappe die gesellschaftlichen Bewegung der russerndolischen begonnen und zwar mit der Tätigkeit der föderalen national kulturellen Autonomie der russerndolischen und diese Etappe dauerte bis April 2009 man hat also eine Kampagne gestartet es ging ein Kampf um diese neue Struktur die führende Position hat eine Gruppe mit Wladimir Bauer an der Spitze eingenommen er war damals der stellvertretende Minister des Ministeriums für Nationalpolitik vor Ort wurden auch regionale NKAs gegründet im Dezember 79 fand also ein Grundkongress der föderalen nationalen kulturellen Autonomie der russerndolischen als Präsident wurde Wladimir Bauer gewählt die führenden Positionen haben also seine Anhänger bekommen Baumgärtner Gangnuss Kies Schreiner Wolf und anderen gleichzeitig muss man bemerken die Tatsache dass am Anfang der föderalen nationalen kulturellen Autonomie haben in diesem Organ alle Vertreter der russerndolischen Organisationen gearbeitet es schien also eine einmalige Möglichkeit zu entstanden also die politische Elite der russerndolischen zu vereinen und gemeinsam an der Lösung des Problems der russerndolischen zu arbeiten aber das wiederholte sich das gleiche wie mit der Gesellschaft wiedergebild also wir sprechen wieder über die politische Elite der russerndolischen die in der Nachkriegs aufgewachsen ist und die Prinzipien der Sowjetelite teilweise hatten von ersten Tagen der Existenz hat also die Führung der VNK Ansprüche gezeigt auf die Entscheidungsrechte also die VNK musste selbstständig also alleine entscheiden also wohin die Förderung also von der Rutschung von der deutschen Seite fließen muss sie wollte sich also anderen Strukturen unterstellen natürlich hat das eine Konsolidierung der Gegner von Bau also und extremen Widerstand ausgelöst also innerhalb der politischen Elite der Russlanddeutschen wo also dieser Widerstand offen geworden ist hat Bau weil er die Mehrheit hatte also im Präsidium der FNK er hat alle seine Gegner seine Opponente aus dem FNK ausgeschlossen diejenigen die versuchten also eine Opposition zu bilden die wurden ausgeschlossen also wie gesagt wieder mal also rein sowjetische Methoden die Opposition wurde nicht geduldet die Gegner der FNK Führung haben also in drei Richtungen angefangen zu handeln erstens die haben also die haben also eine Assoziation West also Wiedergeburt Einheit Einheit gebildet zweitens sie haben angefangen aktiv in der Region zu arbeiten und drittens sie haben angefangen eine neue Korinther der Russland-Deutschen vorzubereiten damit dadurch sie also alle Schichten der Russland-Deutschen Bevölkerung erlangen und das hat also Resultate zum Erfolg geführt letztendlich also war der Extremismus von Bauer in der FNK so deutlich dass er immer mehr Opposition bekommen hat und dann musste Bauer gehen und als neuer Präsident der FNK wurde Herr Baumgartner gewählt da hat man wieder Personalien gewechselt aber neue Formen der Arbeit sind nicht gekommen der Baumgartner hat wieder auf autoritaren Wege versucht die Probleme zu lösen also er hat wieder mal die Organisationen vor Ort nicht verursacht und die Bewertung der nationalen kulturellen Tätigkeit ich habe das persönlich gehört Herr Baumgartner hat nachlesig gesagt also die nationale kulturelle Tätigkeit das ist eine Tätigkeit die nicht viel wert ist also das Hauptziel ist die Wiederherstellung der territorialen Autonomie also das heißt also national kulturelle Arbeit wurde von diesen Leuten nicht akzeptiert diese Situation also passt nicht mehr also den örtlichen Organisationen 2007 nach der Initiative der örtlichen Strukturen der FEMCA hat man angefangen die Selbstorganisation der Russland Deutschen aufzubauen und diese Bestrebungen verbreitete sich auf Regionen immer mehr Leute wurden in diese Bewegung involviert also die Selbstorganisation hat mehr Aufmerksamkeit also auf die Fragen der national kulturellen Entwicklung der Russland Deutschen geschenkt also und es entscheidet eine Koalition zwischen den Organisationen im Zentrum und in den Regionen die nach anderen Prinzipien und Methoden arbeiten gearbeitet hat dann wurde also ein Kongress der Russland Deutschen abgehalten und hat deklariert dass die Führung der FEMCA nicht effektiv ist der Kongress hat statt gefunden also und die Mehrheit bildeten da also die Leute die Reformen durchsetzen wollten und als Vorsitzender wurde als Präsident wurde Heinrich Martens gewählt somit beginnt seit 2009 eine neue die siebte Etappe in der gegenwärtigen Entwicklung der national Bewegung der Russland Deutschen also das ist die Etappe der Selbstorganisation Es ist zu früh Konsequenzen zu ziehen aber die vergangenen zwölf Jahre sprechen also für die Lebensfähigkeit des neuen Systems obwohl es gibt schon Erfolge wichtig ist also dass alle Entscheidungen auch um die demokratischen Diskussionen und Besprechungen getroffen werden also die Organisationen sammeln immer mehr Erfahrung und das gibt die Hoffnung dass die Selbstorganisation also diesen Kreis also der Konflikte und Reibereien also brechen wird und was möglich ist der Organisation und der Organisation Ja Professor Gerdemann ganz ganz herzlichen Dank für diesen sehr sehr umfangreichen Vortrag ich würde direkt in die Fragerunde über leiten gibt es Fragen aus dem aus unserem Zoom Publikum oder eben im Chat Thomas bei YouTube noch Noch keine Fragen dann würde mich mal interessieren wir haben heute schon öfter die Wiederherstellung die geplante Wiederherstellung der Volkerepublik diskutiert was mich daran interessieren würde ist inwiefern das wirklich auch vielleicht von der Masse der Russlanddeutschen auch mitgetragen wurde also ich habe ganz viel heute erfahren über einzelne Politiker oder Akteure die diese Idee hatten mich würde aber mal interessieren inwiefern jetzt vielleicht auch die Masse der Russlanddeutschen das für sich selbst in Erwägung gezogen hat die ja sagen wir mal die Gebiete in Kasachstan oder in Sibirien zu verlassen und zurück an die an die an die an die Volga zu ziehen können können sie dazu vielleicht etwas sagen Ich muss sagen nach meiner Vorstellung war die Idee aktiv unter den Volga Deutschen aber so nach der Perestroika als die Organisationsfragen wieder aktuell wurde als die Bewegung entstand die eigene Ziele sie setzt insbesondere den Blick auf die Worte von Groth und seinen Mitstreitern so dass sie war sehr attraktiv attraktiv formuliert und ich begegne wie vielen Leuten in diversen Regionen zu der Zeit und viele fragten nach wie steht es in der Volga Republik und viele sagten aus sie würden nie in der Ukraine irgendwo oder woanders nie für ein Grundstück an der Volga tauschen aber es gab auch Stimmen die befürworteten eigene Republik und die eigene Autonomie ich habe schon hervorgehoben die radikalen Anführer der deutschen Bewegung haben es geschafft mit lauten Parolen die breiteren Schichten für sich zu gewinnen und das war keine Einbildung das zu Ende der Sowjetunion der Großteil der Deutschen der überwiegende Teil der Deutschen wollte doch die Wiederherstellung der Autonomie der deutschen Deutschen aber schauen sie am 7. Januar erklärt jetzt es wird nie eine autonome Republik an der Wolke kommen was für ein Schlag und Entmutigung auch in Deutschland die Menschen sind enttäuscht die sehen keine Alternative einmal Republik als Ziel überhaupt wandern sie in Deutschland aus und ich denke diese Provokation für diese Provokation haben die Russlanddeutschen einen großen Preis gezahlt aber eine weitere Frage wäre so wo hätten es die Deutschen besser in Russland oder in Deutschland denn überall stoßen sie auf Probleme das ist meine Antwort auf Ihre Frage danke vielen Dank ich habe jetzt Herrn Doktor Krieger gesehen als Melde und später noch Herrn Eichelberg eine Frage möchte ich präzisieren Arkady und die vorigen Redner haben auf die Staatlichkeit gebrocht also die Staatlichkeit danke ich wäre ein falscher Begriff es geht um eine Regionalautonomie und das Wort Staatlichkeit stößt auch Widerstand also und die Staatlichkeit hat nichts zu tun mit dem realen mit der realen Lage der Autonomie die wir in Russland haben diese quasi Staatlichkeit darf auf keinen Fall so Staatlichkeit genannt werden so zwar manche Merkmale der Staatlichkeit und einer eigenen Staatlichkeit so so ist unangemessen also solcher Begriff war das zweite was ich auch sagen wollte so der große Teil des Schuldes wird auf die Sowjetdeutschen also selbst nachgeschoben aber wir wissen dass der Staat hatte die größte Verantwortung für die Nichtentstehung der Autonomie und wir wissen dass die Region Unser Hartof war gegen die Wiederherstellung der deutschen Autonomie und nur die dank der aktiven Zustimmung aus Moskau wurden die Gründe der Autonomie der Volkdeutschen gründlich und ich bin mir sicher so sollte es auch im zweiten Falle diese Zustimmung und Unterstützung aus Moskau geben könnte der Wiedestand von Burkhard und Michard überwunden werden und nun haben wir eine vage Vorstellung von der Unterstützung oder Nichtunterstützung aus Moskau und von daher ist die Sache keinen Schritt vorangetrieben und diese Rolle des Staates sind nämlich die Übersetzung der eigenen Gesetze das muss kritisiert werden wir müssen kritisieren nicht unbeglückte Worte einzelnen Akteure aber die Politik und Sicherung der Fördermittel was gefehlt hat das muss wirklich kritisiert werden nicht die einzelnen Akteure also wir müssen unterscheiden zwischen der Urquelle und ihrer Freude ja so marxistische Sichtweise was ich auf ihre Bemerkung zu reagieren habe ist die Staatlichkeit es gab doch eine Verfassung der Autonomie der Russen Deutschen zumal wir eine Verfassung tragen so reden wir in einer Stadtlichkeit Herr Hassel hat gerade diese Frage hervorgehoben du sollst du magst vielleicht Herrn Hassel nicht aufmerksam zugehört haben und die Staatsmacht konnte es nicht auf einmal von heute auf morgen die Entscheidung treffen also wir hatten mit einer anderen Macht zu tun und die lokalen Eliten auch bei uns in Sorakow wir hatten das gut zu spüren also der Widerstand den die lokalen Behörden die lokalen Beamten so leisteten war ungemein Entschuldigung hat sich dürfte ich ich denke mir es wäre kein großes Problem wenn man 100.000 Menschen umsiedelt und Geld zur Verfügung stellt also sollte die lokalen Haushalte dadurch nicht offen werden so könnte man das Problem lösen sollte das Geld aus der Zentralkasse in Moskau fließen Entschuldigung ich würde trotzdem noch damit auch noch andere Fragen gestellt werden können noch den also Herr Eichelberg Sie hatten doch noch eine Frage Danke an Herrn Dr. Mitor 1990 hat in Almaty das zweite Festival der deutschen Kultur stattgefunden das war das größte Ereignis unserer Kulturgeschichte mit 120 Laien Kunst Ensemblen 2000 Teilnehmern konnten sie die Dialekte aus verschiedenen deutschen Dörfern untersuchen die Landsmannschaft hat viele Kurzfilme auf YouTube hochgeladen und alle können Volkslieder hören und die ganze Palette der Dialekte entdecken zum Beispiel YouTube Video mit Lilia Henze hat 10.000 Aufrufe überschritten und wir sehen sehr viele Kommentare zum Beispiel aus Argentinien Sie sprechen diesen volga-deutschen Dialekt auch heute und sind begeistert Es werden auch weitere Kurzfilme auf YouTube Landsmannschaft der Deutschland Russland vor allem im Rahmen der Vorbereitung des Online Festivals der deutschen Kultur hochgeladen und schöne Grüße nach Saratov an unsere Wissenschaftler und wir freuen uns wenn auch Sie am Online Festival der Landsmannschaft teilnehmen können Danke Herr Dr. Minor und was sagen Sie Vielen Dank ich Entschuldigung das war jetzt noch eine Frage an Herrn Dr. Minor und ich würde Sie auch bitten sich kurz zu fassen sowohl in Ihren Fragen als auch in Ihren Antworten können Welche Frage haben Sie Das war keine Frage Das war ein Hinweis Das war die Frage 1990 hat in Almaty das zweite Festival der deutschen Kultur stattfindet Und ich habe diese Frage schon beantwortet Okay genau Dann die meisten dieses Festivals sind schon längst in Deutschland und 1990 das war noch eine Zeit sozusagen die Vorgeburt sozusagen hat ja Forschung der deutschen Intellekt den ich war nicht in Almaty und konnte das nicht erleben und ich nehme nur an dass die meisten die teilgenommen haben schon in Deutschland sind Ja gut Vielen vielen Dank Ist jetzt noch eine Frage an Professor Dr. Germann oder ich sehe jetzt keine wenn nicht würde ich uns jetzt noch mal kurz in die Pause verabschieden dann machen wir weiter 18 15 um 18 15 geht es weiter mit unserer Podiums Diskussion gut und jetzt machen wir noch eine kurze Pause vielen Dank an die Referenten und an die rege Diskussion an die vielen Fragen bis gleich selten wir haben für den heutigen Tag jetzt den letzten Programmpunkt nämlich unsere Podiums Diskussion mit dem Titel Russland Deutsche heute leben zwischen zwei Welten oder wie Herr Wagen Tim gerade gesagt hat leben in zwei Welten ein weiterer Titel der dazu gekommen ist ich möchte Ihnen noch kurz die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorstellen weil noch nicht alle vorgestellt wurden oder vielleicht einfach noch mal kurz in Erinnerung rufen also die Frau Dr. Olga Martens stellvertretende Vorsitzende des IVDK dann Johann Thiesen der uns online zugeschaltet ist der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland aus Russland Edwin Warkentin der Kulturreferat für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte dann Hartmut Koschik Parlamentarischer Staatssekretär AD und ehemaliger Beauftragter für die Aussiedler und Vertriebenen Spätaussiedler und dann noch ich schätze aus Moskau zugeschaltet Frau Professor Ilari Yonova die Professorin an der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation ist und ja auch in Geschichte soweit ich das herausfinden konnte promoviert hat und in Philosophie habilitiert hat und sich eben unter anderem auch mit den Russlanddeutschen beschäftigt aber auch mit Juden und Jüdinnen dann würde ich direkt in die Diskussion übergehen und vielleicht direkt an Frau Martens die erste Frage richten zum Thema Russlanddeutsche heute leben zwischen zwei Welten Frau Martens ist stellvertretender Vorsitzende des IVDK der jetzt inzwischen auf eine 30-jährige Geschichte zurückblickt der Tag war ja jetzt glaube ich erst letzten Monat also ist ja noch ganz frisch sozusagen vielleicht können Sie kurz uns am Beispiel des IVDK diese Problematik Russlanddeutsche leben in zwei Welten erklären vielleicht auch unter Berücksichtigung der Geschichte des IVDK vielleicht wie haben sie ihre Projekte entwickelt im Laufe der letzten 30 Jahre in einer Verbindung mit den Verwandten das ist das ist jetzt so die Realität in der wir leben und vielleicht deswegen auch ist auch die Bedeutung der deutschen Sprache zurzeit so gestiegen weil es immer mehr Verwandtschaft in Deutschland gibt und da gibt es diese Verknüpfung das ist jetzt das sind jetzt die Alltags zwei Welten dann gibt es natürlich die Welt die kulturelle Welt oder die Frage der Identität und da habe ich neuestens eine heftige Diskussion in den sozialen Netzen erlebt und ich glaube Herr Thiessen wird sich dazu auch äußern wo die älteren oder nicht vom Alter sondern die älteren Mitglieder der Landsmannschaft mit den jungen der Landsmannschaft sehr stark konfrontiert haben in der Frage was ist meine Identität ist sie jetzt deutsch oder ist sie deutsch russisch ja man wurde natürlich von gegenseitig dann angegriffen und man hat dann kritisiert dass man auch sein russisches Teil nicht verbirgt nicht verheimlicht sondern offen darüber spricht und das ist wirklich zurzeit auch in der deutschen Minderheit in Russland eine Realität man hat zwei man hat eine doppelte Identität man hat zum Teil selbstverständlich die russische weil man in russischen Verhältnissen lebt und auch die deutsche und man kann auf diese russische Kultur und russische Tradition auch nicht von deiner eigenen Identität wegdenken damit leben wir zurzeit auch in dieser doppelten Identität in Russland drittens lebt man in zwei Welten auch von der Perspektive der politischen Entwicklungen als Deutsche als Minderheit in Russland ist man sehr stark auf die staatlichen Entwicklungen angewiesen und dadurch dass Russland ein Völkerstaat Vielvölkerstaat ist wird diesem zwischen dieser zwischen nationalen Sachen eine sehr hohe Bedeutung zugeschrieben und ist also man spricht von Propaganda und alles mögliche ich möchte aber diese Wörter vermeiden also man hat es als eine Selbstverständlichkeit man hat auf die Tagesordnung geschrieben und die gesellschaftlichen Verbände natürlich die sind auch die konfrontieren auch damit dass sie in dem Vielvölkerstaat auch ordentlich mit allen anderen das Zusammenleben führen führen ja und insbesondere geht es auch die Titelnation an ja und das ist jetzt sagen wir so dass nicht das innere sondern das äußere Leben der Russlanddeutschen und das gehört auch zu unseren zwei Welten also in Russland bist du dann im Innersten bist du deutsch oder deutsch-russisch aber die äußere Umgebung und die politische Umgebung die ist schreibt dir auch einiges vor was du auch zu tun hast als gesellschaftlicher Verband und ja damit ich jetzt nicht zu weit in diese in dieses Thema eingreife möchte ich nur zum Abschluss sagen dass es bei den Russlanddeutschen in Russland einer sehr hohen Flexibilität bedarf zu diesem Leben in zwei Welten ja und was ich aber sehr positiv einschätze ist die die Wahrnehmung der Deutschen der Russlanddeutschen von der Deutschen und auch von der russischen Politik in Sachen der des Dialogs zwischen Deutschland und Russland und Russland weil man die Deutschen dann auch als Wohlsofter oder als Mittler in diesem zivilgesellschaftlichen Dialog auch betrachtet also es gibt verschiedene Aspekte dieser zwei Welten und kurz gefasst also kann ich das so abschließen Vielen Dank Sie hatten auch das Stichwort Flexibilität und in Bezug auf dieses Leben zwischen zwei Welten gegeben vielleicht eine Frage an Herrn Thiesen würden Sie das für die Russlanddeutschen beziehungsweise für die Deutschen aus Russland in Deutschland auch so bestätigen aus Sicht der Landsmannschaft Ja Sie hören mich Ja sehr gut Ja schönen guten Abend noch an Herrn Koschig Ich kann das bestätigen was Frau Olga Martens gesagt hat Ich fange mal so und wenn wir über die Landsmannschaft reden dann ist das so eine große so eine unterschiedliche unter sich Gruppe der Deutschen aus Russland je nachdem von wo sie kommen und die sind so unterschiedlich in ihren Einstellungen in ihren Vorstellungen und so weiter was ich so nie wahrgenommen hat bevor ich nicht Vorsitzender wurde wenn wir reden über zwei Welten würde ich sogar sagen dass die Entwicklung die wir heute sehen würde ich sogar sagen bei der Russlands Deutschland gibt es sogar drei Welten eine Welt in der sie geboren und aufgewachsen sind dann die Generation die hergekommen sind die hatten sich noch eine ideelle Welt vorgestellt dass sie kommen nach Deutschland und unter der Deutschen Leben und die Entwicklung die hier in Deutschland stattgefunden hat in den letzten Jahren wo so viele Nationalitäten dazugekommen sind und hier ihre Heimat gefunden haben das ist für viele oder die Generation die gekommen ist ist das sehr fremd und sie müssen sich wirklich neu integrieren und dann die Generation die hier von klein auf oder hier geboren ist und hier aufgewachsen ist das ist wieder eine ganz andere Welt und Vorstellungen deswegen gibt es in der Landsmannschaft auch in dieser Hinsicht eine große Bewegung wo aber was mir gefällt sehr dass die junge Generation der kommende Generation Aufklärung leistet dass die Welt sich ändert und man es akzeptieren muss dass man in so jetzt völkerreichen Deutschland lebt und dass das normal ist und so wie ich aus den Podcasten aus den Diskussionen auf Facebook und in anderen Social Medien verstanden haben da sieht die junge Generation ein Generations Konflikt zweites was ich ansprechen wollte was sehr wichtig ist dass die Beziehungen die heute zwischen Deutschland und Russland sind sehr unsere Landsleute belasten wir wollen wir wollen gute Beziehungen zu Russland und egal wie die Politik sich hin und hier entscheidet die diese Kontakt und die Volker Verständigung soll und muss stattfinden und wir denke ich die Mehrheit von uns arbeitet in der Richtung dass auch die Politik sich positiv entwickelt zwischen Deutschland und Russland wir möchten dass auch auf politische Ebene mehr Verständigung herrscht und wir versprechen uns auch damit dass dadurch auch den Deutschen in Russland oder in den anderen Staaten GÖS damit auch besser gehen wenn ich über Russland spreche da meine ich auch meistens auch die andere Länder GÖS so dass es gar nicht so einfach ist auch in Deutschland zu leben indem man doch immer wieder mit seiner Herkunft zu tun hat und man kann es nicht einfach wegwischen man kann es nicht vergessen man kann es nicht wegstecken man lebt das und es ist schon ich denke dass sogar für uns eine sehr große Bereicherung ist dass man in der eine Welt aufgewachsen ist und in der andere jetzt lebt und ich denke viele von uns profitieren davon und haben das Glück hier in Deutschland sich weiter zu entwickeln und unser Leben leben so wie man das vorgestellt hat das erstmal von mir zu unserer Diskussion vielen Dank für die Ausführungen ja also ich denke auch dass ein ganz großer Vorteil auch der Zweisprachigkeit ist ja dass man eigentlich muttersprachlich mehr oder weniger zwei Sprachen sprechen kann genau ja vielen Dank dafür vielleicht jetzt als ja Überleitung an Herrn Koschik der ja ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten war und Herr Koschik ich glaube sie haben eigentlich ich weiß nicht jedes Land in dem Russlanddeutsche leben also in den Ex-Sowjet-Republiken aber natürlich auch die Russlanddeutschen in Deutschland so oft besucht was waren denn ihre Eindrücke von dieser Gruppe die es als eine Gruppe natürlich so nicht gibt sondern als ganz viele verschiedene Gruppen eigentlich unsere Welt ist vielschichtig und so vielschichtig wie unsere Welt ist so vielschichtig ist auch die Lebenswelt von Russlanddeutschen Deutschen aus Russland hängt auch immer davon ab wo sie leben leben sie noch in der russischen Föderation leben sie in Zentralasien leben sie beispielsweise auch in den USA Kanada oder in Lateinamerika oder leben sie in Deutschland also von daher würde ich mich nie auf ein, zwei oder drei Welten festlegen und das entscheidende Stichwort hat Olga Martens gesagt es geht um Identität und wir haben ja heute auch glaube ich wissenschaftlich gehärtet auch durch soziologische Untersuchungen doch ein Leitbild und ein Ideal dass Identität am besten funktioniert wenn sie nicht abgeschlossen ist wenn sie nicht abgrenzt sondern wenn sie offen ist und ich glaube wir wissen heute auch dass eine offene Identität die sich aus erleben und leben in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Sprachen speist dass das eher etwas bereicherndes ist und deshalb glaube ich muss man die Russlanddeutschen egal wo sie leben immer ermutigen dass sie diese offene Identität pflegen dass sie keinen Teil der Kultur der sie sich verbunden fühlen zu verstecken brauchen und ich würde jetzt unsere Aufgabe als Bundesrepublik Deutschland Politik und Zivilgesellschaft sehen dass wir den Deutschen in der Russischen Föderation in Zentralasien dabei helfen in einer möglichst guten Partnerschaft mit den jeweiligen Regierungen dass sie auch ihre deutsche Identität ihre Kultur ihre Muttersprache ihre Mundart ihre religiöse Identität pflegen können und in Deutschland geht es darum dass wir sie gut integrieren aber dass wir sie nicht assimilieren und deshalb habe ich immer Russlanddeutsche ermutigt natürlich soweit es ihnen in ihrem Herkunftsland nicht möglich war die deutsche Sprache auch aufgrund der Restriktionen denen sie Jahrzehnte ausgesetzt waren zu lernen weil natürlich in Deutschland die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist aber das heißt nicht dass ich meine russischen Sprachkenntnisse meine Prägungen in Russland in Kasachstan in Kirgistan dass ich die abschneide sondern Identität muss offen sein Identität muss verschiedene kulturelle Wurzeln vereinen und das ist bereichernd für uns in Deutschland das ist aber bereichernd auch für die russische Föderation und ich weiß dass die russlanddeutschen manchmal das Wort ihrer Brückenfunktion schon gar nicht mehr hören wollen weil sie immer sagen ja ihr idealisiert immer unsere Rolle als Brücke aber sie sind eine Brücke und Brücke heißt natürlich man muss Lasten tragen und die Lasten denen die russlanddeutschen im Laufe ihrer reichhaltigen Geschichte ausgesetzt waren die waren oftmals unerträglich aber das Bild der Brücke heißt natürlich auch eine Brücke braucht stabile Pfeiler und zur stabilen Pfeiler einer Brücke gehört eine gefestigte Identität die man offen leben kann gehört aber auch politische zivilgesellschaftliche Länder und deshalb mache ich mir den Appell auch von Herrn Thiesen sehr zu eigen dass wir immer als Bundesrepublik Deutschland wenn wir über unsere Beziehungen zur russischen Föderation nachdenken auch die besondere Betroffenheit der Russlanddeutschen hier wie dort mit bedenken und unsere Beziehungen möglichst so gestalten bei allen Schwierigkeiten und allen Herausforderungen dass die Russlanddeutschen nicht zum Geisel der Politik zur Geisel der Politik Ja vielen Dank für die Ausführungen ich finde das alles wirklich sehr sehr spannend auch ihre ganzen Beobachtungen blicken wir vielleicht mal nach Russland Frau Professorin Ilarionova wie schätzen Sie die Situation ein was würden Sie sagen bewegt Deutsche die deutsche Minderheit in Russland aktuell Vielen Dank ich habe leider sehr lange nicht gesprochen ich werde bestimmte Fehler machen erlauben Sie mir bitte diese Fehler zu machen Ich meine dass im Jahre 1990 1998 war eine Hoffnung dass diese Welt wird sich ändern ich glaube dass sehr viele Russlanddeutsche waren der Meinung okay in Russland wird keine Autonomie mehr aber Reisefreiheit war ein Schatz für uns alle und diese Reisefreiheit gewährleistet für uns alle eine einheitliche Welt eine Welt der europäischen Schätze und ich glaube dass in dieser Zeit diese turbulente Zeit war eine Möglichkeit irgendwie nicht zwischen zwei Welten zu bleiben sondern eine Einheit aber wir sehen jetzt dass diese Hoffnungen waren in vielen Sichten nicht möglich und die Situation die wir heute haben macht diese Frage die sie gestellt haben über diese zwei Welten für die Russlanddeutschen übrigens für die russische Staatsbürger im Allgemeinen sehr fundiert sehr richtig ich glaube dass es mehrere Probleme zu der erste möchte ich eine Frage über die Verhältnisse zwischen Geschichte und Gegenwart für die russlanddeutsche Minderheit stellen ich glaube dass diese nicht volle Probleme der Geschichte in Russland über die Repressalien bleibt als eine schwere Nachfolge für die Entwicklung der Russlanddeutschen und wenn ich mit vielen Vertretern einiger Nationalitäten die in Russland vertreten sind die Nationalitäten die Repressalien erlebt haben nicht selbst sondern für diese Leute ich kann mich fühlen und sehr oft wird alle unmögliche Gespräche zu diesem Thema fühlen führen was für Repressalien gewesen sind und warum bis heute sind mehrere Dinge aus der Geschichte nicht klargestellt und offen gemacht Repressalien glaube ich an Beispiel der Russlanddeutschen haben irgendwelche lange Welle lange Einwirkung und ich glaube das ist mit der Untersuchung in diesen Themen ein Forschungsproblem wie ist dieses Problem bis heute nur ein Beispiel ich habe untersucht die aus die Gebiete wurden die Bevölkerung deportiert bis heute sind diese Gegenden depressiv dort gibt es bis heute keine normale Wirtschaft es gibt zahlreiche Dörfer die gestorben sind und ich glaube dass wissenschaftliche Schenken wissenschaftliche Zukunft bleiben sehr akut außer dieser Geschichte und das ist ein zweiter Punkt es gibt in Gegend sehr viele Tendenzen die wirklich diese zwei Welten für mehrere Leute für die Russlanddeutsche auch schaffen in Russland so viel sie wissen gibt es heutzutage eine Gesetzgebung über sogenannten ausländischen Agenten für alle Völker für russische Volke auch die irgendwelche Verwandten im Ausland haben bedeutet das ein neues Problem jeder in Russland besonders aus diesem aktiven Milieu aus der Wissenschaft sind jetzt mit dem wie es weiter geht weil wir haben irgendwelche Kontakte mit ausländischen Kollegen wir hatten und haben irgendwelche Projekten sind wir ausländische Agenten im Sinne der Stadt ist es so und drittens meines Erachtens ist es dass in erster Zeit war eine auch nicht besonders gute Entwicklung in Beziehungen zwischen Bevölkerung und der Staat ich bin überzeugt dass in Deutschland ist dieses Prozess auch ähnlich aber nicht besonders scharf wie bei uns ist diese Konfrontation der einzelnen Menschen und der Staat sehr offen es gibt immer wieder neue Gesetze die uns aus das ist für mehrere Staatsbürger wirklich ein Problem wie all diese neuen Vorschriften zu erfüllen Ich weiß dass für die Russlanddeutsche war dieser Weg nach Deutschland und auch Erfüllung all diese Vorschläge deutsche Bürgerschaft zu erwerben eigene Sprachkenntnisse zu unterstützen das war auch nicht besonders leichte Prozedur und für viele Russlanddeutsche ausgesiedelt sind bis heute bleibt dieser Trauma sehr verkehrswert und es gibt auch für mich als einer der irgendwelche wissenschaftlichen Gesellschaft und macht auch ein neues Problem wie aktiv der Staat kommt in meine Untersuchungssphäre ich meine diese Konfrontation der Staat des Staates mit der Geschichte des Weltkrieges ich fühle mich zum Beispiel nicht so frei wie früher bei der Untersuchung und Vergleiche zwischen totalitären Probleme zwischen den Problemen die wir aus der Geschichte gehabt haben und zum Beispiel vor kurzem wird eine neue Gesetzgebung verabschiedet ein neues Gesetz verabschiedet der diese Untersuchung als kriminelle verbrechen betrachtet ich glaube dass die Russlanddeutschen die als Opfer in dieser Zeit sich identifiziert haben sind solche Schritte des russischen Staates eine neue Aufgabe ein neues Problem für und schafft wieder neue Konfrontationen und verstärkt diese Spaltung zwischen verschiedenen neuen Zweiten oi все завис la ok ja vielen dank ich glaube wir hatten ein paar Verbindungsprobleme zwischendurch aber trotzdem vielen dank könnten sie vielleicht irgendwie ihr Telefon drehen weil wir sie die ganze Zeit auf der Seite sehen so Moment ja genau so so ist perfekt vielen dank ja ich danke ihnen auch für diese Ausführungen die uns allen denke ich einen sehr eindrücklichen Einblick gegeben haben in das ja Leben im heutigen Russland für Russlanddeutscher ein Aspekt den sie angesprochen haben den ich auch bezeichnen ja oder auch Stichpunkt Kriegsfolgen Kriegsfolgenschicksale der ist denke ich ganz ganz wichtig weil das natürlich nicht nur die Erlebnisgeneration betrifft sondern eben auch die nachfolgenden Generationen ja so Traumata werden ja auch in die zweite und dritte Generation weitergegeben wenn sie denn nicht entsprechend aufgearbeitet werden das bringt mich jetzt zu Herrn Wackettin weil er ja als Kulturreferent am Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen aber eben auch vor allem mit Jüngeren mit Schülern und Schülerinnen auch arbeitet und insofern würde mich mal interessieren im Museum bei Ihnen wie wird da mit umgegangen vor allem mit dem Stichwort Kriegsfolgenschicksal oder Deportations Schicksale und dann vor allem auch mit dieser Frage des trans generationalen Traumas wie gibt man wie arbeitet man das auf zum Beispiel in Ihrem Museum Ich würde gerne aus der Perspektive des Kulturreferats sprechen denn da beschäftige ich mich in kulturellen Projekten mit der Aufarbeitung dieser Fragen und vor allem mit dem Fokus auf einer nachgeborenen Generation mit der jungen Generation ich würde gerne ein bisschen allgemeiner einsteigen und zwar mit etwa 2,5 Millionen Aussiedelern hier in Deutschland lebt ja der größte Teil der Russlanddeutschen und ihrer Familienangehörige ja hier in Deutschland und wenn wir als die größten Aussiedlungswellen mitten der 90er Jahre nehmen so sind das jetzt mittlerweile schon fast 30 Jahre im Durchschnitt der Integrations Biografien hier in Deutschland insofern werden wir von zwischen zwei Welten sprechen oder in zwei Welten müssen wir natürlich berücksichtigen dass eine ganze Generation mittlerweile auch hier groß geworden ist und sich hier verwurzelt fühlen in Deutschland klar haben sie Identitätsanteile in sich die sie durch Sozialisation durch die Familie mehr oder weniger bekommen haben von ihren Eltern je nachdem wie die Ausprägung in der Familie war bestand die Familie nur aus einer deutschen Großmutter waren die Anteile die deutschen Anteile natürlich weniger als jetzt wenn die Familie komplett deutsch war oder kirchlich gebunden oder wie auch immer in anderen kulturellen oder Lebensbereichen gebunden insofern ist die Frage der Identität komplex sie ist hybrid sie ist vielen verschiedenen Wandlungen unterworfen und sehr individuell und Identitäten können ja auch Strategien sein das hat zum Beispiel Marit Kremer die Soziologin aus Berlin auch untersucht an der nachgeborenen Generation der nach Kasachstan deportierten Russlanddeutsch insofern man verhält sich in verschiedenen Kontexten unterschiedlich ich glaube für die jungen Generation oder für die Generation die hier zum größten Teil in Deutschland sozialisiert ist geht es darum Fragen aufzuwerfen um bei den allgemeinen Diskursen hier mit zu sprechen Diskurse um den gesellschaftlichen Zusammenhalt Diskurse um das historische Bewusstsein und da gibt es ein großes Bedürfnis einen Platz hier in der Gesellschaft zu finden und das Thema Russlanddeutsch nicht mehr so als ein exotisches Thema betrachtet zu sehen ein Thema was nach Deutschland kam sondern ein Thema was in der Mitte unserer Gesellschaft ist denn viele haben eben auch Verbindungen in die Herkunftsgebiete aber viele haben sie auch nicht und wir unterliegen ja immer der Gefahr dass man sie auf einen bestimmten Staat reduziert abgeleitet durch den Gruppennamen Russlanddeutsch aber der größte Teil kommt aus der heutigen Republik Kasachstan das heißt es sind ganz andere Perspektiven damit verbunden oder ähnliche aber auch viele andere Perspektiven insofern haben wir das auf jeden Fall mit einer sehr hybriden unterschiedlichen Gruppe auch zu tun und ich denke mal wenn wir uns vergewissern dass die Russlanddeutschen ein großer Teil der neuen deutschen Realität sind im Sinne von dass wir eine Zuwanderungsgesellschaft auch sind jeder Vierte in Deutschland hat eben eine Zuwanderungsgeschichte entweder selbst in seiner eigenen Biografie oder in der Biografie der Eltern so müssen wir glaube ich die Realität akzeptieren dass diese Perspektiven ein Teil unserer Gesellschaft ist und nichts was jetzt irgendwie interessant exotisch ist oder wie auch immer sondern es ist eben unsere Realität und es ist vor kurzem auch ein interessantes Buch erschienen mit dem Thema das neue Wir in dem eben das allgemeine gesellschaftliche Bewusstsein auf eine neue Art und Weise beschrieben wird dass eben viele Perspektiven jetzt dazu gekommen sind in den letzten 20, 30 Jahren und das sind auch ostdeutsche Perspektiven zum Beispiel Menschen die in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind oder eben ihre Sozialisation noch aus der früheren DDR mitgebracht haben und das alles macht eben dieses neue Bewusstsein in unserem Land aus und ich denke mal es ist an der Zeit es auch so zu realisieren dass die russlanddeutschen Identitäten oder die russlanddeutschen Perspektiven die mitgebracht wurden auch ein Teil unserer Gesellschaft sind und sie sprachen und sie sprachen von den Traumata die über Generationen weitergegeben wurden das ist auf jeden Fall ein großes Thema das wird jetzt gerade auch intensiv bearbeitet von jungen Autorinnen Autoren Künstlerinnen und Künstlern denn diese Erlebnisse von vor 80 Jahren oder beziehungsweise auch in den folgenden Jahrzehnten haben tiefe Spuren hinterlassen in den Familien unter anderem eine sehr prägnante Spur die wirklich fast bei jeder Familie auch zu sehen ist ist dieses Schweigen und Verschweigen also diese mangelnde Kommunikation zwischen den Generationen und fehlende Kompetenzen im Erklären der Hintergründe ich glaube ein großes Problem der russlanddeutschen hier in Deutschland ist dass sie ihre Hintergründe selbst nicht kennen und das Museum hat sich hier auch verpflichtet eben nicht nur der breiten Öffentlichkeit die Hintergründe aufzuweisen sondern den Betroffenen selbst das machen wir auch in unserem Podcast mit meiner Kollegin Ira Peter in dem wir die Hintergrundinformation liefern sowohl an die breite Gesellschaft als auch an die Generation der russlanddeutschen die als Kinder hergekommen sind oder hier in Familien von Aussiedlern geboren sind und groß geworden sind wir versuchen ihnen die Kompetenzen auch zur Hand zu geben um sich zu erklären damit sie auch für sich selbst verstehen warum ihre Familie jetzt hier in Deutschland lebt warum die Familie die Wurzeln in Kasachstan hat warum die Großeltern an der Wolga geboren sind oder am Schwarzen Meer oder in Bolinien warum dieses ganze hin und her weil ich denke mal das könnte schlussendlich dann zu einem bestimmten inneren Frieden führen und man schließt auch Frieden mit der Umgebung und mit der eigenen Gesellschaft und kann dann auch kompetenter und selbstbewusster auch sich in der Gesellschaft navigieren das sind so gerade die Perspektiven die Tendenzen die jetzt aktuell sind und ich denke mal so selbstverständlich wie Hertha Müller als eine deutsche Autorin wahrgenommen wird oder auch andere Deutsche die aus als Aussiedler nach Deutschland gekommen sind so selbstverständlich werden auch in Zukunft Beiträge von Menschen die in Russland deutschen Hintergrund haben aufgefasst und das ist auf jeden Fall eine Perspektive die zu dem gesellschaftlichen Zusammenhalt auch beitragen werden Vielen Dank vielleicht noch eine kurze Nachfrage einerseits an Sie aber vielleicht auch an Herrn Thiesen mir scheint dass das gerade in Bezug auf Traumata oder vielleicht auch in Bezug auf diese Deportationsereignisse dass man zwar immer Angst hat vor dem naja man muss es ja wirklich so sagen Aussterben der Erlebnisgeneration aber was ich momentan sehe vor allem im Umfeld der Russlanddeutschen dass es vor allem aus jüngeren Generationen die Impulse gibt genau das aufzuarbeiten und genau das zu bewahren und das vielleicht auch jetzt erst mit dem Nachfragen der Enkelgeneration ganz neue Impulse kommen ganz neuer Schub kommt um eben sich auch der eigenen Geschichte nochmal ja um sich eben auch die eigene Geschichte besser zu zu verdeutlichen deswegen würde mich mal ihre Meinung interessieren ob das nur eine Wahrnehmung meinerseits ist oder ob das wirklich eben jüngere Generationen sind die jetzt sagen jetzt oder nie oder besser gesagt jetzt wollen wir wirklich wissen was passiert ist und was uns da konkret auch betrifft Herr Thiesen vielleicht möchten Sie antworten ja Sie haben schon richtig gesagt dass man merkt dass die Generation die Erlebnis Generation die werden ja immer weniger und die haben auch weniger erzählt jetzt ich denke zum Beispiel jetzt oft nach warum habe ich das oder anderes bei der eigenen Mutter und Vater nicht gefragt warum habe ich mich da nicht erkündigt aber was ich selber merke dass ich genauso wenig meinen Kindern erzähle von dem was ich selber erfahren habe oder von meinen Eltern weiß genau zu sagen jetzt warum das passiert jetzt wenn ich mich selber analysiere weiß ich gar nicht aber es ist so und das finde ich schade das selber finde ich schade und deswegen haben wir auch letztes Jahr von der Landschaft gestartet dass wir sehr viele Interviews genommen haben um noch von der Erlebnis Generation was zu erfahren und von der Bekenntnis Generation noch zu erfahren das was wir da noch in Russland erfahren haben durch das Deutsch zu sein und was aber wieder fehlt dass wir auch vieles verallgemeinern und das probieren dann so aus zu sagen nicht in Details um das verständlicher darzustellen sondern es wird mehr verallgemeinert dass ja auch nicht so gut ist und nicht so gut im Gedächtnis bleibt und das ist wirklich ein Manko und daran man weiter arbeiten muss okay vielen Dank Herr Wartgenzin möchte etwas sagen ja es geht ja auch über das darüber sprechen hinaus um Aufarbeitung also es geht ja auch darum dass die 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 kollektiv die kollektiv geschichte der russlanddeutschen auch wirklich wahrgenommen wird denn Teilnahme an der allgemeinen erinnerungskultur wie auch in einer unserer podcast folgen das heißt die wir mit Cornelius Enz auch aufgezeichnet haben diese erinnerung verschafft ja auch würde also das heißt viele betroffenen von dieser Geschichte die wollen auch ihre erzählung öffentlich erzählt bekommen insofern auch wertgeschätzt bekommen und es fehlen leider nach wie vor also sehr viel an Hintergrund Information und Sensibilität in der Öffentlichkeit für dieses Thema das Museum hier ist auf jeden Fall ein Leuchtung Projekt die Landsmannschaft bemüht sich auch sehr stark um Sichtbarkeit und Vermittlung dieses Leuchttürmen in einem Meer mit sehr wenigen Inseln und Leuchttürmen insofern dieses Thema muss irgendwann mal ein bisschen stärker in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden auch mal in den Lehrplänen in den Schulen auch mal verfestigt werden und weiter bearbeitet werden und mit modernen Fragestellungen und mit modernen Formaten auch begleitet werden denn die breite Öffentlichkeit erreichen wir natürlich mit attraktiven Angeboten mit modernen Angeboten und mit Vielen Dank Gibt es andere Meldungen noch dazu vielleicht Frau Martens Herr Koschig wollen Sie Ergänzungen vornehmen Ja was ich bemerkenswert finde dass dieser Prozess dem Argentin und auch Herr Diesen gesprochen haben ja nicht nur bei den Deutschen aus Russland in Deutschland stattfindet und darüber kann Frau Martens sicher noch Beräter Auskunft geben sondern auch in den Gebieten in denen Russland Deutsche heute in der russischen Föderation oder auch den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion leben und Frau Martens will sich da jetzt sicher nicht selber loben aber ich will das mal an dieser Stelle sagen ich habe mir vor kurzem die Gala Veranstaltung aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Internationalen Verbandes der Deutschen Kultur in Moskau in einem sehr renommierten Theater angesehen und ich kann Ihnen sagen dass was ich dort gesehen habe an kultureller Vielfalt aller Generationen technisch neben der hochwertigen künstlerischen der Abbietung aber auch technisch so hochwertig produziert das hätten sie eins zu eins in einem deutschen Programm aufnehmen können und da merkt man dass da natürlich auch dort wo Russlanddeutsche heute in Russland oder in der Sowjetun leben auch eine junge Generation auch eine geistig kulturelle eine Wissenschaftselite auch von Jüngeren herangewachsen ist die auch mit Würde und Selbstbewusstsein ihre kulturelle Identität lebt und sich auch nicht zu verstecken braucht und das finde ich das Schöne dass dieser Prozess in Deutschland stattfindet und dass dieser Prozess aber auch dort stattfindet wo Russlanddeutsche heute leben und er findet ja selbst auch in den Lebenswelten Russlanddeutscher in den Vereinigten Staaten in Kanada in Lateinamerika statt und deshalb glaube ich ist das Thema Russlanddeutsche ein globales Phänomen wenn ich das mal so sagen darf und dass eine Bevölkerungsgruppe die in ihrer Geschichte so viele Herausforderungen und auch so viele Traumata erlebt hat heute selbstbewusst auch durch eine junge Generation sich weltweit kulturell präsentiert darstellt das ist ein Phänomen und da finde ich verdient das von der Politik und auch den Zivilgesellschaften in allen Ländern auch mehr beachtet und betrachtet zu werden absolut Frau Martin wollen Sie vielleicht noch etwas ergänzen ich wollte noch mal zurück auf die also im guten Sinne spielen mit diesem Begriff heute sehr interessant über diese zwei Welten oder in diesen zwei Welten und ich muss ja sagen also die Tagung ist ja zum Gedenken 80 Jahre Deportation geplant worden und also wir in Deutschland also da sind die zwei Welten sehr sehr stark zu sehen also wir die Deutschen in Russland wir sprechen über die Deportation aber nur gemeinsam mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Israel in Russland ist das Hauptthema 80 Jahre Beginn des Großen Vaterländischen Krieges und wenn wir früher immer geschwiegen haben dann haben wir zum Beispiel jetzt viel Aktionen gemacht und Ausstellungen gemacht auch in dem Sinne dass die Sowjetdeutschen die Russlanddeutschen trotz dem Verbot im Krieg teilzunehmen wo alle Dienstpflichtige von der Rotarmee dann 1941 rausgenommen wurden und trotzdem hat man sich damals auf verschiedene Weise hat man versucht in der Rotarmee zu bleiben und die Russlanddeutschen haben ich glaube jetzt wie heißt das größere Skosaiuso der Helde Sowjetunion glaube ich ja und durch die Assoziation der Forscher der Russlanddeutschen Geschichte und Kultur haben wir diesen Namen jetzt offen präsentiert also es gibt so viele Geräusler Skosaiuso so viele Helden der Sowjetunion die der deutschen Abstammung sind und wir versuchten der Gesellschaft das auch zu erklären dass wir trotz diesen ganzen plakativen Slogans dass man die Deutschen töten muss und so wo die Russlanddeutschen auch sehr gelitten haben unter diesen Bedingungen wir sprechen und es sind auch meist die jungen leuten die so offen zu dem Thema sich äußern und diese Heldentaten der Deutschen in diesem Krieg auch präsentieren und dabei stoßt man wieder auf einen Konflikt mit den Russlanddeutschen die in Deutschland leben die es aber nicht unbedingt immer so verstehen warum wir in Russland als deutsche Minderheit genau das Thema präsentieren und das zeigt genau diese Welt wir können nicht gesondert von dem allgemeinen dem wichtigsten Thema in Russland handeln und wir dürfen aber auch nicht schweigen wir müssen dabei sein und es ist was zu sagen wir haben dieses Thema aufgearbeitet gemeinsam mit Wissenschaftler und mit den gesellschaftlichen Verbänden manchmal sagt man uns in Russland hat man uns in diesem Jahr gesagt bitte mehr zum Vaterländischen Krieg und zur Erinnerungskultur und weniger zur Deportation aber wir es freut mich dass wir es gelernt haben sehr selbstbewusst dieses Gleichgewicht zu finden damit wir glaubwürdig in dem Staat auftreten also dazu noch mal vielleicht ein Beispiel aus diesem Jahr Ja vielen vielen Dank dafür ich lese jetzt gerade noch eine Nachfrage im Chat von Frau Burgert ich glaube Sie könnten Frau Burgert wenn Sie mich hören die Frage auch auf Russisch stellen und unsere Übersetzer könnten die auch übersetzen Moment ich lese sie mal kurz durchlesen weil sie auf Russisch geschrieben ist Frau Burgert Sie können sie auch übersetzen ich kann sie auch übersetzen ich bin hier gerade dabei das zu lesen also Frau Burgert fragt wie ich weiß jetzt nicht genau an wen die Frage gerichtet ist aber an alle nehme ich an also inwieweit sich das Bild der Russlanddeutschen in Deutschland in den Augen der Gesellschaft in den Augen der Gesellschaft der deutschen Gesellschaft nehme ich an im Verlauf von den 60ern bis in die Gegenwart verändert hat in Deutschland ja genau und was sich dann an diesem Bild ja als definierend herauskristallisiert hat Herr Thiesen Herr Thiesen wollen Sie vielleicht darauf antworten als Erster oder es gibt ja die Landsmannschaft auch schon sehr sehr lange habe die Frage nicht ganz verstanden es geht darum wie das Bild der Russlanddeutschen in Deutschland sich verändert hat seit ungefähr den 60er Jahren bis in die Gegenwart Ja ich denke dass das Bild der Russlanddeutschen sich geändert hat weil sie weil die Entwicklung es sind ja die meisten wie Herr Wagenchen schon gesagt hat seit 30 Jahren in Deutschland und ich denke dass die Gesellschaft gemerkt hat dass sie dass sie sich geräuschlos integriert haben dass jeder sich ein Zuhause aufgebaut hat dass die Familien stark sind dass Familien zusammen sehr stark ist dass sie Religion pflegen dass dass sie sich über Kinder kümmern dass die Kinder ihren Weg finden in diese Gesellschaft und das alles hat dazu geführt dass dass sie von der denke ich heute von der Gesellschaft gut akzeptiert werden und so wie ich erfahre auch gelobt werden in meisten Fällen und immer betont wird diese geräuschlose Integration Vielen Dank dazu möchte noch jemand Ergänzungen Also ich denke mal dass das Bild in der Öffentlichkeit hat einen Weg der Metamorphose auch durchgemacht seit den 60er Jahren bis heute und zwar so wie ich das verstehe und so wie ich das auch aus Gesprächen mit Zeitzeugen auch gehört habe war das ja 60er 70er Jahre als dann die Gruppen noch relativ klein waren die hergekommen sind sind auch mit einer größeren Solidarität der Gesellschaft empfangen worden und man hat sich auch mehr um sie gekümmert empathischer mit denen auch ins Gespräch gekommen und diese Menschen die in den 70er Jahren gekommen sind die haben sich auch relativ schnell hier auch beheimatet weil sie eben hier mit sagen wir mal so also mit halboffenen Armen auch empfangen wurden auch empfangen wurden und die haben sich auch eher in der Tradition der Heimkehrer oder beziehungsweise der deutschen vertriebenen Flüchtlinge auch gefühlt danach nach 1990 als dann die großen Wellen kamen dann kamen auch die großen Probleme mit diesen großen Wellen die großen Herausforderungen in der Integration Man darf nicht vergessen dass nach der Wende hatte Deutschland ein Integrationsbruttoaufkommen erlebt dass es selbst bei der bei der Geflüchtetenkrise vor ein paar Jahren nicht so hoch war also man darf nicht vergessen dass sehr viele Menschen aus den neuen Bundesländern damals in die alten Bundesländer gegangen sind dass die Geflüchteten vom Balkan in Deutschland waren dass die großen Wellen von Auszählern nicht nur aus der Sowjetunion sondern da kamen noch welche aus Rumänien und aus Polen das war wirklich ein riesiges Aufkommen an Migration hier in Deutschland und die Russlanddeutschen die in den 90er Jahren gekommen sind und das sieht man auch an den Titelseiten von großen deutschen Wochenzeitschriften wie das Brot ist voll oder hier die arme Verwandtschaft aus dem Osten man hat mit diesen Menschen eher Probleme verbunden auch der kriminelle kriminelle russlanddeutsche Jugendliche hat sich hat eben die Schlagzeile in den 90er Jahren gefüllt der Zeitung allerdings dann im Laufe der späten 2000er Jahren als die Aussiedlungszahlen immer runter immer mehr runter gingen hat sich eben diese Einsicht eingestellt einer geräuschlosen und vorbildhaften Integration und was wir heute erleben ist eben die Suche der jungen Generation nach den Wurzeln hier in der Gesellschaft und nach der nach dem eigenen Selbstverständnis hier und bei der älteren Generation Suche nach Anerkennung oder auch nach dem Aufgehobensein hier in der Gesellschaft und ich glaube am Ende des Tages haben wir wahrscheinlich eine Situation erreicht die die deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge dann irgendwann in den 60er Jahren 70er Jahren erlebt haben dass sich jetzt mittlerweile diese dieses Bild der russlanddeutschen hier in Deutschland in der Gesellschaft sich normalisiert obwohl man das vielleicht kurz als Ergänzung bei der Frage Deutschland vielleicht doch unterscheiden muss nochmal zwischen alten und neuen Bundesländern auch aber ich glaube das wäre schon jetzt eine Richtung in die wir dann vorstoßen würden die hier vielleicht sogar zu weit führen würde und die denke ich auch noch weitere Untersuchungen und Forschungen notwendig machen würde da wir schon fast am Ende unserer Zeit sind würde ich noch fragen ob jemand eine letzte Frage stellen möchte an die Runde oder vielleicht Kommentare Ergänzungen hinzufügen möchte Frau Ilarionova möchten Sie noch etwas ergänzen Dankeschön ich möchte nur ein paar Worte über Ihre Frage über die jüngere Generation diese Geschichte der Russlanddeutschen war für die Jugendarbeit zum Beispiel im Rahmen des Internationalen Verband der Kultur und Wartens wird vielleicht das bestätigen diese Geschichte diese gemeinsame Geschichte für die jungen Maßnahmen im Rahmen der Kultur Arbeit des Verbandes gekommen sind das war gerade eine Einheit eine einheitliche Motivation für all diese junge Menschen Verband habe ich einige Treffen mit jungen Russlanddeutschen ein Teil dieses Auditorium ist schon in Deutschland und andere sind in Russland geblieben und die Fragen die sie zum Beispiel mich gestellt haben auch zwei Welten sind absolut außer dieser Geschichte dessen ich glaube es die russlanddeutschen Familien haben auch eigene Transformation durchgegangen und zwar in Russland all diese Familien waren traditionell für diese Familien war Familienkreis Familiengeschichte in der Australien und dank diesen Familien Zugehörigkeit kann ich glaube jetzt haben wir Frau Eladionova verloren wahrscheinlich auch wieder aufgrund von Verbindungsproblemen ja ich weiß nicht wollen wir also wir können natürlich noch versuchen ein paar Minuten zu warten ah da kommt sie sie kommt gerade zurück Frau Eladionova haben Sie noch was ein letztes Wort und jetzt sind diese Verbindungen zwischen jungen Leuten und der Welt ganz anders sie sind ohne irgendwelche schweren Erinnerungen sie sind direkt in der Gesellschaft sie können direkt an der Gesellschaft mit der Gesellschaft alte Welt mit anderen deswegen glaube ich muss man diese neue Realität in der Jugendarbeit auch akzeptieren diese jungen Leute haben irgendwelche andere Interesse und man muss irgendwelche neue Formen der Kommunikation mit der um diese Geschichte ehemaligen Sowjetstaaten oder auch global. Herr Koschik hat ja auch die globale Dimension der Russlanddeutschen angesprochen. Ich freue mich auch, dass wir hier einen ganz regen Austausch hatten. Danke auch noch mal den Referenten und Referentinnen der ersten beiden Panels heute. Und natürlich ein ganz besonderer Dank an unsere Dolmetscher. Wir dürfen nicht vergessen, in Tomsk, wie spät ist es? Ich glaube, es ist Mitternacht. Also von daher noch mal ganz, ganz herzlichen Dank an die Dolmetscher.